Hier Schießerei, da Schießerei. Bruder, warum Schießerei, Mann? Wir müssen doch immer nicht jemanden abknallen, um Spaß, weil wir können doch auch mal zusammen... Mensch, ärgere dich nicht zusammen spielen. Das macht doch auch Spaß. Bruder, bald wirst du auch an jene Tür klopfen und sagen, ey, ich bin Zeugen Jehovas, bla bla bla, wie ist das Ananas? Bruder, du hast einen Verstand verloren. Nee, Bruder, Bruder, chill doch mal. Hier, danke schön, Abibi, für dein Abo. Ich küsse deine Augen, Abibi. Ich küsse deine Augen. Hey, Jürgen, Jürgen, hör mal zu. Wir können doch zusammen uns später hinsetzen und Mensch, ärgere dich nicht spielen. Das ist doch auch geil, Bruder. Mensch, ärgere dich nicht. Ich ärgere mich schon seit halb einer Stunde lang. Bruder, warum denn, Mann? Das macht doch voll Spaß, Alter. Ich mach jetzt Amoklauf, MD. Ich knall jetzt alle ab. Ey, ich denke, was geht. Nee, Jürgen, mach das nicht, Bruder. Mach das nicht, Jürgen. Vertrau mir, Alter. Das bockt sich nicht. Vertrau mir. Das ist so krass. Du hast mich gefickt, Bruder. Nee, Jürgen, vertrau mir, Mann. Das macht Spaß. Vertrau mir. Wir spielen Mensch, ärgere dich nicht später. Oder jetzt. Was für Mensch, ärgere dich nicht. Ich bin schon geärgert. Ah, Digga, ich fick doch diese Internet-Amanacombe. Seid ihr alle wieder da? Hallo, seht ihr mich? Wenn ja, eins, bitte. Ja, du musst vor meinen Leuten bearbeiten. Komm, ich bin wieder privat. Ja, ja. Ey, scheiße, Alter. Jetzt muss ich mir mal ein Fahrrad gönnen. Das sieht doch gut aus, Alter. Da kann man doch schön Beine trainieren. Wow, ein Mountainbike. Das sieht gut aus. Das holen wir uns. Gefickt hast du mich. Entschuldigung. Alles gut, Bruder. Das war meine Schuld. Das war meine Schuld. Alles cool, Bruder. Gerade ist kurz wieder die Seine im Fahrrad rausgekommen. Hallo, grüß dich, Fahrrad, mein Lieber. Ey, was geht, Bruder? Was geht? Ich fahr gerade ein bisschen Fahrrad. Fahrrad, wo bist du denn? Ich hab jetzt einen Termin. Da ist er noch. Guck mal, mit Fahrrad. Fahrrad, bleib doch mal mit. Ey, Jungs, ich hab einen Termin. Ja, dann geh mal zu deinem Termin. Mit Rucksack, mit Fahrrad, Baschkleed, alles ist da. Ja, ja, normal, normal. Und dann sehen wir uns später, Jungs. Hast du mein Leben gefickt, das war's. Den Fahrrad, den ich kannte, wir haben alle weggewichst hier auf dieser Insel. Guck mal, was passiert. Nee, Bruder, das war damals, Mann. Ich distanzier mich von sowas, Alter. Damals ist vor einem Tag. Nee, Bruder, das war damals. Bruder, KMN ist die Gang. KMN ist die Gang. Hey, wo ist das denn? Sag, wer will Beef? Neun in den Jeans. Penn oder schieß. Jalla, fuck the police. Bleiben unter uns. Weiß oder bunt. KMN rein in die Bank mit den Jungs. Jeden Tag beschäftigt, den Umsatz zu zählen. Sind wir da? Weht so die 110. Heimat kaputt. Musst entfliehen vom Krieg. KMN ist die Gang. Entschuldigung, ich müsste hier kurz durch. Danke. Okay, Bruder, jetzt für deine 100 Bits. Ich küsse deine Augen. Ey, Jungs, lass mich mal kurz zu meinem Termin. Ich meld mich später bei euch. Wer da auch, Alter? Oh, es ist rot. Wann wird denn die Ampel grün? Ach, jetzt. Sehr schön. Oh, scheiße, das... Oh, ich hoffe, ein... Ich hoffe, ein Officer hat das nicht gesehen. Wunderschönen guten Tag. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, Herr Officer. Ja. Ich hatte ein Gespräch mit Herr Litt. Ja. Herr Litt. Ja, wollen Sie reinkommen und sich setzen? Ja, das wäre doch super. Aber, Officer, ich muss Sie warnen. Von meiner Vergangenheit habe ich noch eine Waffe dabei. Könnten Sie die bitte beschlagnahmen? Nicht, dass da noch irgendwie der ein oder andere Officer kommt und... Ich hätte Sie sowieso durchsucht. Kommen Sie rein, ich durchsuche Sie einmal. Die gebe ich Ihnen gleich freiwillig. Alles gut, ich durchsuche Sie einmal. Ich möchte mit solchen Sachen gar nichts zu tun haben. Bitte nehmen Sie diese Gegenstände. Nehmen Sie das alles, bitte. Das gehört, das passt mir nicht. Ja, warte, das kriegen wir nicht. Und das Heroin, das hat mir jemand anderes reingesteckt. Nehmen Sie das. Wunderschöne, der Herr. Guten Abend, Herr Officer. Guten Abend, Frau Parker. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Ihr hattet einen schönen Tag. Ja, soweit. Wir können Ihnen helfen. Ja, alles gut. Ich hatte einen Termin mit Herr Litt. So, jetzt kannst du mir die Sachen mal wiedergeben. Ich habe das Outfit fotografiert. So. Bitteschön und auch noch die Machete. Ja. Den Obst schneide ich lieber mit dem Buttermesser, ne, Herr Officer? Das kennt man doch. Alles klar, denn würde ich dich einmal bitten, Platz zu nehmen einfach, ja. Um kurz zu warten. Ich leite das weiter. Okay, alles klar. Wo darf ich mich denn hinsetzen? Such den blauen Stuhl aus. Den, den du machen möchtest. Guten Abend. Guten Abend. Ich stehe ein bisschen nah an ihm dran. Ja. Das war auch. Bruder, das ist jetzt Farut ohne Testtort, Digga. Was alles passiert. Herr Officer. Warte, es gibt doch noch das andere Sitzen. Es gibt doch noch das andere Sitzen, Digga. Wie heißt das? Sitcher. Dann gibt es doch noch eins, wo der richtig ekelhaft sitzt. Warte. Ich weiß, welches ihr meint. Ich weiß, welches ihr meint. Warte, ich such das kurz. Na komm, mir sind gefühlt 400. Da. Ah ne, das ist Sitzen. Da. Genau. Ey, der Herr dürfte ich sie nochmal stören. Ja, selbstverständlich, Herr Officer. Was ist denn, äh, das Problem? Dann dürfte ich ja immer hier einen Ausweis haben. Ja, natürlich, natürlich. Schade, dass sie mich nicht wiedererkannt haben. Aus meiner alten Vergangenheit haben wir uns ja leider öfters verbal beleidigt. Aber ich bin Farut Gangband. So, bitteschön. Achso. Ah, ich hab sie wegen ihren komischen Hütchen da nicht erkannt. Ah, ja, das ist jetzt, das hat jetzt RIP, finden sie nicht? Ja. Das ist auch gut, wenn die Sonne, wenn die Sonne kommt. Da kriegt man auch keinen Sonnenbrand. Hören Sie jetzt zu dem Marabu? Ja, KMN, KMN. Der Marabu macht das Arschloch auf und zu. Ne, KMN ist die Gang, Bro. Achso. Meinti, danke schon, habe ich mir für deine 100 lützige Küste. Sag bitte mal so Bescheid, ja? Okay. Ja, Cousin, bisschen mal RP so, weißt du? Aber der alte Farut kommt schon noch. Macht euch da keinen Kopf, Digga. Das passt alles. Das wird alles passen. Vertraut mir. Ich bin doch nicht ich, wenn ich nicht was geplant hätte. Aber weißt du, was ekelhaft ist, Sascha, Bruder? Wir haben 2000 Zuschauer und Internetstütze einfach ab, Digga. Sogar Bruder von sagt, wir wollen alte Farut. Wollah, ekelhaft, Bruder. Einfach Internet, macht kurz Auge. Wollah, einfach, einfach miese, Digga. Mach ein bisschen Abwechslung. Einen, einen, Bruder, weißt du? So, immer so. Schau mal, lies mal meine alten SMSen durch, Digga. Nur Beleidigungen. So, das hat, das hat jetzt... Dankeschön, Bruder, für deine 100 Bits. Ich küsse dein Herz, Bruder. Aber was für Frau Packe, Bruder. Wir distanzieren uns von Kerstin. Da, schau mal, ich speichere den ein. Unter irgendeinen Hund. Nee, nee, du, Luca. Das machst du nicht, Bruder. Rufen Sie mich bitte zu euch. Wer bist du, du Bastard? Und so, diese Zeiten sind vorbei. Alter, ich küsse deine Augen, Bruder. Dankeschön für dein Abo. Ich küsse deine Augen. Ich hoffe, es hat noch gestern Spaß gemacht, zu streamen, Bruder. Äh, Officer, ich möchte Sie ja nicht stören. Ich weiß, Sie haben sehr viel zu tun und ich respektiere das auch. Äh, wie lange müsste ich denn noch warten? Äh, der ist im Übrigen gerade noch im Gespräch. Ah, äh, ah, da möchte ich natürlich nicht stören. Da möchte ich natürlich nicht stören. Ja, auch wenn er da raus ist, dann können Sie gerne mit ihm sprechen. Okay, aber, Frau Packe, muss ich mich auch noch... Äh, Frau Packe, ich weiß nicht, wir hatten keine gute Vergangenheit und ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, dass ich da natürlich damals in meiner Vergangenheit immer Sie verbal und sexuell attackiert habe. Äh, wie Sie sehen, ich habe mich geändert. Ich habe jetzt das Testo abgesetzt und aus mir ist ein besserer Mensch geworden. Ich kann es verstehen, dass Sie nicht mit mir reden möchten. Ich respektiere das. Jeder Mensch hat das Recht auf Privatsphäre oder Eigenmeinung. Ich wollte das nur loswerden, dass das erst mal gegessen ist. Wie die Nudeln letzte Nacht. Ah, letzte Nacht habe ich immer gehört, da hatten Sie nicht nur Nudeln dabei. Ah, Herr Chief of Police. Guten Tag. Hallo, ich bin der Chief of Police. Guten Tag, Chief of Police. Ich bin... Ich heiße der SPD. Ja, das ist ja wunderbar. Ähm, ich bin Farod. Sie kennen mich ja schon mittlerweile. Ähm... Ja, ich habe das Testo abgesetzt, Herr Chief. Äh, ähm... Ja, Testo abgesetzt. Ja, ja. Ähm... Sie hören sich wie ein 15-Jähriger. Oh, die Stimme braucht noch. Äh, ja, äh, das ist... Das liegt leider an meiner Stimme. Tut mir leid. Ähm... Wie kann ich Ihnen weiterhelfen, Herr Gernbein? Ich wollte mal... Ich wollte gegen... Ich bin jetzt gegen das Verbrechen. Also, ich wollte mal fragen, ob wir heute nicht vielleicht so ein Praktikum machen könnten. Und ich Ihnen da vielleicht helfe, die bösen Jungs, da mal zu... Äh, da, dass wir da mal einen Schlussstrich ziehen. Wie ein ungültiger Scheck. Sie waren in der Praktikum. Ja, dass Sie mir mal zeigen können, weil ich war ja immer auf der bösen Seite und ich möchte mal jetzt die gute Seite bevorzugen. Und da habe ich mir gedacht, nichts anderes außer der Chief of Police kann mir da helfen. Das bin ich, ja. Du bist nicht. Chief of Police. Freut mich, freut mich. Super. Dann würde ich Sie bitten, einmal, ähm, sich umzuziehen. Und dann sprechen wir noch mal. Gehen Sie zum Shop. Soll ich mir diese Warnweste kaufen, weil ich bin ja noch kein Officer? Genau. Eine schwarze Hose. Eine so Hemdhose, die ich habe. Und es gibt sogar noch Polizeiuniformen im Shop. Die ziehen Sie sich auch ein. Boah, soll ich unbedingt eine Polizeiuniform? Ich glaube mal, ich mache das lieber so und ziehe eine... Damit auch nicht das ein oder andere Auto mich übersieht. So eine Warnweste wäre jetzt erstmal ganz hilfreich, würde ich sagen. Dann machen Sie das mal und halten Sie sich hier wieder. Okay, dann werde ich da hinjoggen. Das wäre dort natürlich die Beinmuskulatur. Ja. Okay, bis gleich. Bis gleich. Nein, das ist kein anderer Charakter. Das ist einfach Farud, wenn er kein Testo nimmt. Oh, danke schön, Herr Officer. Bitte schön, bitte schön. Da ist ja auch schon mein Fahrrad. Hey, Bruder, Fahrrad, Fahrrad, Bruder. Hört ihr mich? Ja. Ja. Hast du Lust zu würfeln? Nee, ich distanziere mich von Glücksspielen, Mann. Ich will damit nichts zu tun haben. Aber Jungs, gebt euch mal diesen Song. Bruder, wenn ihr nicht dein Bein hat, du viel kommt kaum. Geil, gebt euch mal diesen Song, Jungs. Was ist das für ein Müll? Oh, scheiße, ich bin einfach überruhend. Ab mit ihr. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, Jungs, das geht ja so ein bisschen so, diese KMN so, weißt? Nee, nee, scheiß auf schwarze Hose? Nee, nee, komm, wir ziehen kurze Hose, Digga, scheiß drauf. Scheiß auf die Hose, Digga. Und dafür, dass du dir immer was Neues einfallen lässt, um zu entertainen, an die Chat, die das nicht verstehen, er will Abwicklungs in RP bringen. Guck mal, Habibi, ich küsse dein Herz, du hast es verstanden, Bruder. Du weißt Bescheid, Habibi, ich küsse dein Herz. Du weißt Bescheid, Bruder. Okay, also ich glaube, hier ist weit und breit kein Hose, da kann man auch mal vielleicht die ein oder andere rote Ampel überspringen. Ja, ah, ja, ja, ja. Ah. Dankeschön, Herr Officer, danke. Hallo, ich bin der Chief of Police, hallo die nette Dame, kommen Sie mit, ich würde Ihnen gerne mein Büro zeigen. Oh, das hört sich doch interessant an. Wir gucken wegen dir, egal, was für ein RP du machst, Canon, ich küsse doch dein Herz, Digga, ich küsse doch dein Herz. Ich würde das Gespräch jetzt auch nicht mehr aufmachen, ich würde kurz mal sagen, die Justiz sucht kein Gespräch, es wird nur noch schlimmer. Meinst du? Jaja, auf jeden Fall. Boah, und was ist denn das für eine interessante Pflanze? Wow. Also das sieht man auch nicht. Ist das echtes Marmor? Ja. Boah. Von Japan. Krass. Also der Markt in Japan, nicht aus dem Land. Interessant, interessant. Sie sollten Ihren Testospiegel wieder nehmen. Schauen Sie, da steht ganz kurz, äh, Frau Albaki, gehen Sie mal bitte rein. Schauen, da steht Chief, das ist mein Büro. Wow. Das Büro mit den ganzen Taschentüchern auf dem Tisch. Ah, da klappt mir ja wirklich die Kinnlade herunter, Chief of Police. Ist das echtes Eichelholz? Wow. Wow. Also das ist doch krass. Ja, natürlich, natürlich. Dankeschön. Ist aber interessant. Ein schönes Büro haben Sie hier. Wow. Hm. Ja, kommen Sie jetzt. Okay. Nun, oh mein Gott, wie sehen Sie bitte aus? Ja, ich wollte ein bisschen Rucksack tragen, weil das hat ein bisschen Drip. Sie sehen aus wie Papa Schlumpf mit dem Blau. Ja, das ist, äh, das tragen heutzutage die Rapper so mit Fischermützen und, ähm, Jogginganzug. So, als würde man Fußball spielen gehen. Das ist für Chief of Police. Ich küsse deine Herzen. Danke für deine Hundertwitz. Was ist jetzt, was wollen Sie an dem heutigen Tag alles mitnehmen? Ich denke mal, also ich möchte eigentlich nicht mit Waffen schießen. Also, das ist natürlich nicht gut. Es würde mir reichen, wenn Sie mir einen Taser geben, da ich natürlich den ein oder anderen Kriminellen damit verwarnen würde. Aber mit Schüssen, da, das möchte ich nicht. Ich grüße Canon John. Ich küsse dein Herz. Wollen Sie dann eine eigene Streife oder mit Ihnen Streife fahren? Ich würde gerne mit Ihnen Streife fahren, Chief of Police, weil da fühle ich mich auch sicher. Mhm, mhm. Soll das jetzt heißen, dass unsere Officer nicht für Sicherheit sorgen? Oder, keine Ahnung, wenn die Dame, wenn sie mit, äh, mitkommen möchten, das wäre natürlich noch besser. Das wäre natürlich noch besser. Nee, ich glaube, ich glaube tatsächlich auch, dass sie beim Chief of Police bestens aufgehoben sind. Okay, sie können gerne mitkommen, denn ich finde, die Frauen haben genau dieselben Rechte wie die Männer. Da könnten sie ja auch natürlich mitfahren. Boah, dass ich das mal von Ihnen nicht höre. Unglaublich. Dankeschön, Bruder, für dein Prime-Abo, ich küsse dein Herz. Frau Albert, würden Sie ihm einen These anvertrauen? Ich denke schon. Äh, bevor ich ihm einen These anvertraue, äh, will ich mal fragen. Ja. So ein, zwei Sachen fragen. Oh, da kam der Test. Wofür ist so ein These denn gut? Ja, aber damit vielleicht der ein oder andere Kriminelle, wenn er wegrennt, dann stoppen wir ihn ja so, oder? Ähm, ja, wie macht man das am besten? Äh, wie, wie macht man das am besten? Ja, da ist jetzt ein TV-OK, der ist ganz frech. Wie macht man das? Was ist denn, wie würdest du das als allererstes angehen? Als erstes würde ich natürlich versuchen, die Kommunikation mit diesem TV, äh, in Angriff zu nehmen und natürlich nicht gleich gewaltbereit auf diese Person einzuschlagen. Denn man kann ja heutzutage über alles reden. Mhm. Mhm. Ja, und wenn er dann doch da versucht wegzurennen, da haben wir ja immer noch die beiden Hände, dass wir da schreien, halt, stopp! Halt, stopp! Und dann müsste auch der TV danach geben, nehm ich an, gute Dame. Okay. Und was sind so Vorteile von dem Taser? Äh, ich denke an, ich nehme mal an, durch diese großen Volt, die durch diesen Taser durchgehen, da wird der TV, äh, nicht mehr versuchen wegzurennen. Was sind so Nachteile von dem Taser? Ah, Bruder, fuck mich doch nicht ab. Äh, ja, damit kann man natürlich auch Leute verletzen. Aber das wollen wir ja natürlich nicht, das ist nur rein, äh, wird das zur Not gemacht. Mhm. Okay, überzeugt mich. Wie kam es überhaupt zum Sinneswandel, sich ein Tagespraktikum zu machen, würde mich jetzt persönlich mal interessieren. Also, ich hab gemerkt, dass mir das ganze Testo und die Wachstumshormone eigentlich gar nicht gut tun und hab mir gestern Abend vorgenommen, das alles abzusetzen. Und, äh, danach ist mir eigentlich alles klar geworden. Ich bin eigentlich ein guter Mensch. Und ich entschuldige mich auch für die, äh, ganzen Aussagen, die ich immer gegenüber das PD getätigt habe. Und, äh, möchte jetzt ein besserer Mensch werden, indem ich euch da unter die Arme greife. Mhm. Mhm. Okay, ich find das ist tatsächlich ein Farut Gangbang, den wir sehr, sehr gerne hier öfters sehen wollen. Die erste Streife dürfen sie erstmal mit mir fahren und dann teile ich sie, ähm, einer anderen Streife zu. Super, das hört sich doch gut an. Aber vorher gehen wir zum Kleidenshopper mit der babyblauen Hose, wenn ich sie nicht hier in mir habe. Kann ich, kann ich den Jogger oben, äh, wenigstens anlassen? Den können sie da anlassen. Okay, alles klar, dann lass uns mal die erste Streife, äh, lassen sie uns erstmal die Streife fahren, Herr Chief of Police. Das ist Trauma, das ist Trauma, ja. Super. Ja, dann, äh, folgen sie mir unauffällig, bitte. Okay. Hast du einen Taser bei dir? Ich nicht, ne. Hast du einen Moment? Ja, dann, äh, Herr Gangbang. Ja. Ich schieß noch mit denen. Ich hoffe. Bitte, bitte, ja. Bitte, äh, passen sie auf den Taser sehr, sehr gut auf. Ja, ja. Passen die Initialen von mir drauf. Okay. Ähm, hast du ihn auch schon durchsucht, ob eine Pistole so mit sich geht? Ja, ich hab alles abgegeben, sie können mich gerne nochmal durchsuchen. Äh, ne, ich vertraue, ich fasse nicht gerne andere Männer an, das passt schon so. Ja, das ist auch selbstverständlich. Das ist echt nett. Perfekt. Dann wird sie gerne mitkommen. Ähm, das... Ich mach das erst mal. Nein, 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 nein. Willst du das im Funk kurz preisgeben, dass wir einen On-Ride-Long haben? Ich glaub's gerade nicht. Chill, chill, Digger. Das ist doch alles EP. Okay. Wow, haben sie sich mal die Stadt ganz genau angeschaut. Eine sehr schöne Stadt, in der wir leben. Wie meinen Sie? Eine sehr schöne Stadt. Ja. Diese ganzen Leute, aber da... Wir müssen für Ordnung sorgen, Chief of Police. Oh. Nee, das ist mir zu hoch. Da... Nee, da springe ich nicht runter. Das ist mir zu hoch. Ich bin doch nicht lebensmüde. CC, ich küsse doch dein Herz. Wow, ein sehr schönes Auto. Mhm. Gehen Sie in den Funk-Kanal 1. In den Funk-Kanal 1, okay. Genau. Machen Sie mal einen Funk-Check. Hallo, Funk-Check. Check. Genau. Check. Guten Tag, Kollegen, guten Tag. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Dienst, ja? Okay, das reicht. Ich glaube, das wird uns keiner glauben. Oh, scheiße. Da haben... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also das kann es doch nicht sein. Haben wir hier einen Shop-Raub? Ja. Das geht mal gar nicht. Herr Chief, soll ich den Taser bereit haben? Dürfen Sie. Okay. Achtung, einer ist geflüchtet. Er rennt hinterm Shop lang. Er rennt hinterm Shop. Da. Wo ist der? Chief, sagen Sie mir, was ich mache. Ich bin hinter Ihnen. Ich bin hinter Ihnen. Bleiben Sie. Ich folge Ihnen. Am besten, wie gesagt, allen einmal FLB-Handschein ansehen. Mann, halt Ihnen. Alles gut. Okay, boah. Das war natürlich wieder knapp. Heute Q6 in Klos stecken. Nein, nein. So, dann gehen wir mal zu dem Tafel aus. Die hat ausgelöst. Ja, hallo. Ja. Wo bist du? Ich bin gerade mit Chief of Police unterwegs. Mach mal kurz leiser, Bruder. Warte kurz. Mach mal kurz leiser. Anso, mach mal kurz leiser, Nan. Mach gut, mein Bruder. Ja. Wo bist du gerade? Ich mache gerade ein Tagespraktikum bei der Polizei. Wo war das? Oh, hat er einfach aufgelegt. Wie unhöflich. Ja, Bruder. Warum bist du einfach weggeblieben? Ja. Hä, für was denn? Ich habe einmal im Kreis und ihr seid wie Ameisen rumgelaufen, ja? Ne. Das würde ich so nicht sagen. Du musst die Chief, Alter. Ja, ja. Wie viele TVs haben wir? Ich bin der Typ mit Warnwäsche, ey. Wer ist der Praktikanter? Das ist der Praktikanter. Das ist der Praktikanter. Das ist der Praktikanter. Guten Tag, ich möchte mich einmal vorstellen. Ich bin, äh, Farut Gangban. Ich mache, ich mache, ich mache, ich mache, ich mache ein Tagespraktikum bei der Polizei. Da ich jetzt natürlich das Testo abgesessen, äh, abgesetzt habe, bin ich ein ganz anderer Mensch geworden. Hallo, bitte, haben Sie Respekt gegenüber, äh, der, der Polizei? Mensch, Farut, du warst mal der Stolz von Los Santos. Du warst mal der Stolz von Los Santos. Ne, ich war ein Krimineller. Ich war, ich bin, ich bin nicht kriminell. So, äh, Kollege, wir können jetzt die Rechte vorlesen. Farut, du berichtest mir mal herzellig. Der Herren, hört ihr alle zu? So, ich habe ihr seid eher mal kurz leise. Dankeschön. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was ich sagen kann, wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht zu jeder Vernehmung an Verteidiger hinzuzuziehen. Wenn Sie sich kein Verteidiger leisten können oder kein Verteidiger verfügbar ist, müssen Sie sich selbst verteidigen. Dann habt ihr alle eure Rechte verstanden. Ja. Dann, ich kippt euch Unverhunger. Jungs, seht's auf. Kannst ihr mit ihm weg? Dann jetzt jeder einen nehmen. Bitte in die Autos setzen. Schau mal. Komm, wir nehmen den Hund, oder? Hey, warum macht ihr sowas, Jungs? Warum ist, man kann auch legal sein, Geld? Wieso geht ihr nicht auf dem Sägewerk? Wieso geht ihr nicht zum Sägewerk und arbeitet dort legal für euer Geld, Jungs? Warum macht ihr sowas? Und deine Schnauze. Oh, das war aber nicht schnitt. Antrejan bitte nicht beleidigen, ne? Ja, ja. Schade. Ja, der hat noch, genau. Rekrut? Ja. Senken Sie mal bitte Ihr Kopf, ne? Sojci, wollten wir mir nicht noch eine passende Hose kaufen? Ja, stellen Sie auf. Sehr gute Arbeit, Officers. Sehr gute Arbeit. Das ist aber noch mal gut gegangen, ne? Ja, ja. Wir machen teilweise nur gute Arbeiten. Ja. Äh, Chief, fahren Sie bitte nicht auf der Gegenspur. Wir sind hier nicht in London. Das wäre jetzt fast zu einem Unfall gekommen. Mike, Maldus, bitte komm. Okay, gleich. Maldus, was? Wo sind Sie denn? Ich hab hier... Moruch, jeder der wo sagt, rufgefickt und sonst was, Bruder, die habt gerade gar keine Ahnung, was ihr redet, Moruch. Weil das ist gerade RP und ihr wisst gar nicht, was ich vorhabe. Also chillt doch mal einfach und genießt die Show, Digga. Chief ist der beste Digga, Wallah, der ist richtig cool. Ah, nicht den Schulterblick vergessen, bitte. Deswegen bin ich so lange. Ah, super. Und erzählen Sie, Herr Digga, wie geht's Ihnen? Ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich fühl mich allerdings ein bisschen unerwünscht, weil ich jetzt noch nicht die passende Hose da habe. Die müssten... Das sollten wir eigentlich schlagartig ändern. Na dann. Oh, dürfen wir das? Ja. Ach, sie sind ja auch der Chief of Police, ne? Die dürfen das. Das haben sie fast vergessen. Ja. Jürgen macht gerade Dammat wegen Fahrrot. Warte ab, Bruder. Es kommt ja ein Comeback. Ja. Sol, Sol, Janus, Sol. Oh, Achtung, Baum. Da haben wir schon die ein oder andere Erfahrung gemacht mit dem Baum. Da haben wir schon die ein oder andere Erfahrung gemacht mit dem Baum. Ja. Oh, jetzt, danke schon, aber wie ich küsse doch dein Herz. Ach, Chief, bitte nicht die Gegenspur. Ich verbläulich dann. Ach, okay. Ach, wie ich solche Läden nicht leiden kann. Immer diese Protzer. Schauen wir mal die passende Hose, ob wir da was finden. Was haben Sie gesagt? Eine blaue Hose, ne? Bitte. Eine Anzugshose. Eine Anzugshose. Kommen Sie und schauen Sie sich das mal bitte an. Geht das klar? Ach, super. Perfekt. Eine Schuhe. Ach so, andere Schuhe auch? Mhm. Ah, Sicherheitsschuhe, ne? Nicht, dass da der ein oder andere Gegenstand noch drauf fällt. Genau. Da haben Sie vollkommen recht. Sicherheit geht vor. Streife 3, Status 7 mit TV. Super. Streife 1, Status 7 mit TV. Streife 5, Status 4. Das sind auch Sicherheitsschuhe. Die sehen zwar aus wie Laufschuhe. Geht das auch? Ja, ja. Das geht auch. Sie können aber auch die Westerns in der Polizei draufstehen. Ach komm, das passt schon. Na dann. So, jetzt nimmt man mich auch ernst als Streifen-Officer. Wurden den TV zum Direktor vorgelesen? Positiv. Und den Anglerhut, naja. Super. So, jetzt muss ich noch paar Anrufe machen. Sie können ja so lange die Streife fahren. Sehr gerne. Leitstelle für Streife 2, komm. Leitstelle, hört. Leitstelle, hört. Zur Information, alle Streifen sind mit TV zum PD unterwegs. Können wir auch einen Verhör machen, Chief of Police? Darf ich da mitmachen? Ja. Unten in den Zellen ein Verhör? Das wollte ich doch auch schon immer mal sehen. Ja, dann fangen wir mal mit ins PD. Super. Spreife. Spreife 5, Status 6. Spreife. Spreife 5, Status 6. Spreife. Spreife. Spreife einmal die Streifenwagen hinten einpacken und da bitte den Schlassen räumen, damit die andere Streifen nachkommt. Spreise … Schabern festnehmen. Ist Schabern live? Boah, das wäre doch geil, Digga. Die Kuh senks, oh mein Gott. Also davon wollen wir uns distanzieren. Denkt dran bitte, die Herrschaften in den Zellentakt einzutragen mit U-Haft zu gehen. Hey, Faro, wie läuft dein Praktikum bei der Polizei, mein Lieber? Hey, richtig gut, Mann. Ich bin gerade hier mit dem Chief of Police und wir haben jetzt einen Zeugenverhör. Super, super. Ich wünsche dir viel Erfolg in deiner Arbeit, ja? Danke, Mann. Schau, dass du da hoch aufsteigst und so, ja? Ja, ich will meine Karriereleiter hochstarten. Ja, ich will eines Tages auch so erfolgreich sein wie der Chief of Police. Ach, genau. Richtig, das glaube ich auch, dass es hinkriegt. Wir sind hier gerade mit Schabern und mit vier Chikas. Vielleicht drei Chikas. Okay. Ist da denn ein offenes Verbrechen? Nein. Ich dachte mir, vielleicht willst du mal mit einer, der einen oder anderen Dame dich mal unterhalten. Ja, ich versuche mal da vielleicht vorbeizuschauen. Allerdings bin ich gerade im Dienst und ich finde das auch nicht korrekt, dass du mich hier gerade bei meinem Praktikum hier die ganze Zeit anrufst. Das ist vielleicht, das hinterlässt vielleicht keinen guten Eindruck. Okay, ich rufe dich später an. Ja, hau rein. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ich sage, Entschuldigung, Chief of Police. Ja, tschüss, das war gerade ein wichtiges Telefonat. Ha? Hallo? Mache, mach mal die Handzelle weg jetzt. Stört dich mein Name oder was? Ach, die stört mein Name, ja? Bist du was? Das ist schon eingelegt oder was? Nee, nee, ich will ja keine Razzia machen. Ich will ja jetzt erstmal so diesen Farood ohne Testo machen. Erzähl. Ist ganz schön frech, ja? Nee, nee. Hallo, dürfte ich mal mit dem TV reden? Vielleicht kann ich ihn ja beruhigen, Herr Officer. Bitte schön, Fad. Vielleicht kann ich ihn ja... Guten Tag, der Herr, wie heißen Sie eigentlich? Guten Tag, ich heiße Jorgo, der Herr. Jorgo, ja, guten Tag, Jorgo. Ich bin Farood Gangben. Ich war auch wie Sie damals in meiner alten Zeit immer hinter... Hör mir auf, hör mir auf. Ich war auch wie Sie damals hinter Gittern, aber ich sage Ihnen, es gibt noch ein anderes Leben. Es gibt noch ein anderes Leben, nämlich auf der anderen Seite. Leute, vertrau mir, es ist nicht zu spät. Es ist nicht zu spät. Ja, aber guck mal, dieser Wichser da hinten, ne, mit den kurzen Haaren meint, der lobt es nicht, ja? Hey, hör auf bitte, meine Kollegen zu beleidigen. Schau mal, wir können das ja so machen. Du kannst dich bessern, Mann. Du kannst dich bessern. Vertrau mir. Das liegt in deiner Hand. Ich gebe mein Bestes nächstes Mal, mehr Polizisten zu erschießen. Okay, und bitte beleidige die Kollegen gar nicht, weil das ist nicht... Die machen hier extra gerade Überstunden wegen dir. Ja, ja, was soll man denn machen? Das gibt doch nichts. Aber wenn der Kollege da hinten, ne, mit den kurzen Haaren reinkommen will und seinen Mann beweisen will, dann können wir das auch machen hier drinnen. Nee, nee, das muss doch nicht mal mit Gewalt enden. Ihr könnt doch vielleicht auch Schere, Stein, Papier machen und der Gewinner gibt dann Ruhe. Was hältst du davon? Ja, ja, das ist, das ist schön. Schere, Stein und Papier. Ja, super. Stein gefällt mir immer. Oder den machen einfach beide die Runde. Die Runde mit oben. Wir würfeln, wir würfeln. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, die Herren, guten Tag. Ey, ey, versteck dich nicht hinter deinen Kollegen, du kleiner Liza. Ich kann nicht nach vorne. Also wenn sie sich hier weiter beleidigen und uns so stören, dann werden wir ihnen nicht die... Nein, 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 der meint, das ist mein Name, der mich gefällt und sowas. Und das passiert dann, um aufhören zu schreien. Hallo, hallo, bitte, schau mal. Senk mal erstmal deine Stimme und dann reden wir weiter, okay? Alles klar. Alles mit der Ruhe. Okay, wenn du Eier hast. Also, schau mal, Gewalt ist keine Lösung, okay? Hast du genug Essen und zu trinken da oder soll ich dir was ausleihen? Aber das musst du mir halt leider wieder zurückzahlen, weil das Brot ist teuer. Ich hab, ich hab, ich hab genug. Ach, super, okay. Okay, ja gut, jetzt pass auf, jetzt beruhigst du dich erstmal und dann können wir auch besser kooperieren, Mensch. Mit Gewalt und mit Flucherei, da kommst du nicht weit, jung. Ja, wartet, dann muss ich leider kurz auf Toilette, geht mal bitte weg, ja? Dann kann ich mich nicht beruhigen. Sag, guten Tag, Agent Link, herzlich gegrüßt. Ich bin's, Farud Gangbang. Der muss, glaube ich, gerade lachen. Äh, ja. Ich sag, danke schön, Bruder. Was soll ich dazu sagen, Herbert? Die Farut haben mich nicht hinterlegt, egal welche Farut, du bist, ich küsse deinen Ernst. Mit Rucksack am Angler, gut. Ja, ja, ich hab jetzt... Ist natürlich schön, ist natürlich schön, dass wir endlich den, äh, geraden Weg gefunden haben. Ja, ja, ich hab das Testo abgesetzt, Bro. Ich hab das Testo abgesetzt und wie du siehst, auf einmal... Was, was, was? Und ich hab, äh, jetzt auch gemerkt, diese Fischerhut und dieser Rucksack hat auf einmal richtig dripped, Bro. Ja, 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 ja. Das hat doch, das hat einfach was. Würde ich auch einen Autotune-Track von dir fühlen, auf jeden Fall, Farut. Ja, man, so ein Autotune oder so, diese, diese KMN. Äh, Kudi heißt die Gang. Genau, 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 genau. Kudi heißt die Gang. Äh, Cheekerspudis, kann ich Ihnen kurz meine Musik gestalten? Kannst du nicht mal drum kümmern, was der Typ, äh, da nicht rumschreit, die MPD? Welcher, welcher? Gerne, gerne. Irgendwo schreit hier einer rum, Farut. Mach das mal bitte, ja. Ja, kein Problem. Kümmer dich bitte drum, danke. Ah, da haben wir den Übeltäter ja schon. Das mach ich. Hey, was ist denn los jetzt? Was passiert denn mit mir? Hallo? Wir sind 50 Mann hier. Nee, das ist der Antojan. Wo ist denn der andere? Ah, da ist er doch. Also wir müssen... Können Sie mich kurz da reinlassen? Wo, wo ist Antojan? Natürlich. So, ich quatsch mal mit ihm eine Runde. Hallo, Fer. So, guten Tag. Äh, wie ist denn Ihr Name? Hey, mich decken mich. Ah, freut mich doch. Sie sind hier ein bisschen zu laut und, äh, es gab ein bisschen Beschwerden, dass Sie hier zu laut rumschreien. Ich würde Sie gerne bitten, die Stimme ein bisschen zu senken. Oh, das tut mir doch leid, aber Herr Ben, haben Sie gerade Zeit. Kommen Sie mal in die Ecke. Ja, ich komme gerne um die Ecke, ja, bitte. Hey, kannst du mich nicht hier rausholen, Bruder? Nee, du, mit rausholen wird es nichts, Junge. Du hast eine Straftat gemacht und die musst du jetzt auch... Warum schreib mir hier rum, Jena kriegt es doch mit. Die musst du jetzt auch absitzen, Junge. Das geht leider nicht. Du kannst hier nicht entkommen. Hey, hallo, hallo, helfen Sie mir. Hallo. Boah, gleich gewaltbereit. Verdammte Scheiße, das wäre jetzt fast ein Griff ins Klo gewesen. Machen Sie das noch einmal. Machen Sie das noch einmal. Machen Sie das noch einmal. Was ist da hinten noch? Du bist da hinten noch. Du bist Klo wie bei Family Guy. Du bist da hinten noch. Pfff. 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 So, wer ist denn der? Ah, der wird ja schon gesprochen, super. Ja, Sie können ja auch mit mir reden. Ja, aber ey, du hast ja nichts was sagen, ich brauche jemanden, der was zu sagen hat hier. Ey, bist du jetzt auch vor Überblasen beim FIB oder was? Hallo, bitte unterlassen Sie solche Ausdrücke. Ja, dann verpiss dich, du seist Wichser. Was denn? Soll ich auch rein? Dann klären wir es wie Männer. Er hat uns beleidigt. Nee, komm du doch raus. Sie ist nicht mitgekriegt. Ja, okay. Omega, lassen Sie die Sehungsfreiheit. Ich habe die Beauftragte. Ich glaube, du hast den Flüssen noch als letztes Nacht bei deiner Freundin. Ich würde sagen, mitgehangen, mitgefangen, ne? Hallo, du kennst meine Freundin gar nicht. Warum beleidigst du sie verbal? Doch, das ist die Zache. Wenn dann kriege ich die Strafe nicht, Omega. Nee. Ich glaube, jetzt momentan kriege ich die Tauber. Also, so eine Unhöflichkeit habe ich hier auch noch nie gesehen. Ich habe die Beauftragte, Omega, versichst du nicht. Geschossen. Der Herr meint, er schreit nicht. Super. Alles klar, der Herr schreit nicht und den anderen Herren habe ich auch ein bisschen beruhigt. Sehr gut. Geh bitte zu Antojan. Ja, ja, gehe ich gleich, gehe ich gleich. Ich warte noch kurz. Der ist gerade im Gespräch. Wurtzbach, Erwachsenenvollzug. Wurtzbach ist im Knast heute. Ich hab da kein Geld für den Anwalt, Sir. Das letzte Mal hat der Anwalt mich abgezogen. Ich hab am Ende mehr gekriegt, mehr gekriegt, als hätte ich. Ja, ja, könnte ich da auch mal rein. Ich danke dir. Nö, gerne. Also, den Herr Fiko kann ich auf jeden Fall überhaupt nicht empfehlen, Sir. Ich werde ein gutes Wort einlegen. Danke dir. So. Hey Antojan, was hast du gemacht, Mann? Warum machst du sowas? Mann, halt die Schnauze, dumme, hier rausnehmen. Hör mal, ich kann dich hier nicht rausholen, Mann. Das ist, du hast leider ein Verbrechen gemacht. Du weißt ganz genau, du bist jetzt hier. Und morgen bist du wieder auf dem kriminellen Stil. Nee, ich hab aufgehört. Ich hab aufgehört mit diesem Testo, Mann. Ich bin ein anderer Mensch geworden. Ja, du bist ja eine Frau geworden. Nee, nee. Es muss nicht immer Testo sein und irgendwelche Frauen knallen und immer diese Ballerei. Aber das schadet doch. Ey, du hörst doch her, ist voll die kleine Snits geworden. Aber bitte gib mir deinen Schlüssel. Ich würde dich auch bitten, nicht so zu schreien. Ah, tut mir leid, Herr Officer. Bitte tragen Sie das nicht ins Praktikum, Protokollein. Nein, nein, alles gut. Komm, mach's ab. Komm, mach's ab. Du bist so ein Gauner, Junge. So, erzähl. Wie komme ich hier raus? Ja, das wird leider erst mal nichts. Aber vielleicht kommst du hier raus, wenn du ein besserer Mensch wirst. Ja, er ist ein kleiner, netter Typ. Ey, Antonian, jetzt habe ich hier über die Mauer. Nein, Zappo hat gesagt, er soll sich selber nehmen. Das ist doch kein... Komm, Antonian, komm, ich zeig dir mal, auf welchen Drip ich bin, Bro. Vielleicht gefällt dir das. Zeig mal den Drip. Yo, yo, yo. Ah. Come on, baby. Yeah. Yeah. Farut, du brauchst wieder deinen Test, der ist halt hier ehrlich. Warte, warte, das ist geiler, Bro. Ist das in Ordnung bei Ihnen, oder warum ist dieser was für Tante? Officer, ich springe nur auf den neuesten Film. Hier, hier. Komm, Antonian, du weißt doch, wie es geht, Bro. Holt mich hier raus. Holt mich hier raus. Holt mich hier raus. Er macht mich kaputt, gerade. Hier, hier. Boah, ich muss mitmachen, ey. Aber was? Mein Körper geht von alleine los. Oh, oh, oh. Bruder, das ist es. Das ist Rap. Das ist Rap, Bro. Yeah, siehste, da macht sogar der Officer mit. Sogar der Polizei gefällt dieser Song. Bam, bam, bam. Bam, bam, yeah. Aha, aha. Pa, 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 pa. Boah. Pa, 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 pa. Das wird mir zu viel hier. Komm, Antonian, jetzt kommt die beste Stelle, Bro. Ah. Yeah, KMN. KMN. Bruder, das ist es, Mann. Ah, boah. Jetzt kommt mein Lieblingsrapper. Jetzt kommt mein Lieblingsrapper. Ich entschuldige mich an der Stelle, dass ich damals seinen Namen rückwärts gelesen habe. Kommen Sie, Herr Höggen, komm. Das war es hier mit der Polizei, kommen Sie. Danke. Danke, bedeutet mir viel. Das ist schon kein Problem. Ich hab alles über der Mauer gesehen. Was hast du gesehen, Mann? Ich geh doch frei. So. Ich hab mir gesagt, dass du nicht mit uns drin warst. Ich hab dir wirklich ausgesagt, ne? Ich hab mir den Kopf genommen, aber auf jeden Fall. Ganz immer noch. Antonian, und ich würde euch bitten, bitte hier nicht rumzuschreien. Hört ihr Geld machen, na, kommt mit. Das ist der Herr in Zelle 4. Hallo, entschuldigen Sie. Würden Sie hier bitte nicht rumschreien, denn das stört gerade die anderen. Ich würde Sie bitten, Ihre Stimme ein bisschen zu senken, ja? Grazie, Herr Gengbing. Ja, gar keine Ahnung. Das ist der Haut. Ja. Offene Zelle, ganz rechts. Sie hat gerade eben gemeint, zu singen. Irgendwas mit Putzbach und irgendwas mit Erwachsenenvollzug. Keine Ahnung. Kannst du das mal dir angucken? Immer dieses asoziale Rap. Ich verstehe nicht. Du bist doch ein alter Musikexperte. Ja, ja, das war die alte Zeit. Aber das Autotune ist das neue Inn. Und da ist kein Autotune drin, und deswegen feiern wir diese Musik auch nicht. Ich kümmer mich drum. Ja, ja, ja. Ja, ja, ich bin ein Eingang. Entschuldigung, ich müsste da mal bitte kurz durch. Verzeihung. Hallo? Hallo, der Officer. Äh, der TV, bitte. Ey, sag mal ruhig hier. Okay, da möchte ich Sie nicht beim Schlaf stören. Herr Chief of Police? Bitte? Wann machen wir denn die nächste Streife? Ähm, dafür habe ich mit Herrn Eingang. Ah, super, das hört sich doch gut an. Da fühle ich mich gleich sicher. Sehr schön. Warten Sie ein paar Minuten, und dann nimmt Sie gleich mit. Super, alles klar. Überall bin ich? Wohin mitnehmen? Zur Streife. Welche Streife? Ich dachte, wir fahren Streife zusammen. Eben. Also, wir drei. Ja, oder wir drei, das ist mir egal. Ja, ja, wir drei, da lasse ich mich drauf ein. Sehr gut. Streife 5 und Streife 1, die mobile Leitsteller kommt. Strafe 5, 12. Sorry, ich muss gerade ein bisschen essen. Aktueller Status. Ich glaube, der hat was zu besprechen. Strafe 5, Status 6, 12. Okay. Status 1, der Streife 1. Ich komme sofort zurück. Aktueller Status 1, B20. Status 6, Ja, Mann, das ist auch eine gute Idee. Rucksack aus, wenn du mit mir redest. Ja, Mann. So, die Streife 5. Wann haben Sie vor, auf Streife zu fahren? Kommen. Die haben Schiss, dass ich rückfällig werde, ne? Streife 1, Startes 1. Moment. Die Dame, könnten Sie mich bitte auch reinlassen? Streife 1, Startes 1. Ich gebe ja immer meine Scheiße zu, ich habe kein Problem damit, aber wie gesagt, heute habe ich echt nicht mal eine Kugel abgeschossen aus meiner Pistole, das ist ein Stückes, ja? Ja, alles gut. Oh, ich wollte nur, dass die Dame nicht alleine ist. Lass ihn doch zuhören. Lass ihn doch zuhören, ist alles gut. Okay, Herr Walter, ähm, da Sie so kooperativ sind und ehrlich, mache ich das Ganze einfach ganz kurz bei Ihnen. Sie haben es ja im Grunde genommen alles zugegeben. Aha, Antoine, Insider-Information. Ähm, die Bedrohung des Shop-Eigentümers. Dann zusätzlich hatten Sie noch Betäubungsmittel bei sich. So läuft das also ab. Das ist natürlich auch eine Straftat. Äh, normalerweise ist das ein Geld, Bußgeld von 9.500 Dollar und 70 Haftanheiten. Durch die Kooperation sind es 3.800 und 55 Haftanheiten. Die U-Haft wird Ihnen angerechnet. Rest in Peace, Bruder. Dann wären wir auch schon fertig. Alles klar. Super Laden, ey. Habt ihr das mit? Ja, ich hab mir alles, ich hab mir alles gemerkt. Genau, wie viele Einheiten waren das noch mal? Ja, er kann das schlecht übergeben. 55. Und wie viel bin ich an U-Haft? 20, wa? Das müsstet ihr einmal bitte nachschauen, ob das ihr sicherlich eingetragen habt. Schaut mal nach. Schaut mal nach. Ich hab sogar ein iPad an meinem Rucksack. Der ist 15 Minuten in U-Haft. Schaut mal hier rein. Da müsste ein iPad sein. Dafür hört man ja an den Rucksack, dass man da immer wichtige Gegenstände mitschleppt. Tatsächlich, warte. Dankeschön. So, ihr macht das dann. Hast du da auch noch ein Klemmbett drinnen? Oh, tatsächlich. Ja, normal. Okay, ähm. Herr Gangbang, ich würde Sie bitten, etwas ruhiger zu sein. Oh, tut mir leid. Okay, warte. Ich übernehme das dann noch einmal mit der Strafe. Wie viel Geldstrafe war das noch mal? Äh, 3000 irgendwo. 3200, glaube ich. So wie der andere eben. Äh, Liga, keine Ahnung, was Sie da 3.800 haben. Nein, Mille, Mille, Bang, Bang. In der Schaute, Bang, Bang. Herr Gangbang, können Sie sich noch drinnen, wie viel Strafe der herbekommen hat? Äh, 3800, Sir. 3800. Ja, ich habe aufgehört, Testo zu nehmen. Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir, Junge? Alles klar. Jetzt trainierst du wahrscheinlich auch noch Beine, wa? Ja, das ist auch wichtig, Beine zu trainieren, Mann. Farud, du wirst nicht mehr der alte Fahrrutt. Was ist nicht richtig? Nee, ich bin ein besserer Fahrrutt, Mann. Was ist denn los mit dir? Ja, weiter, wenn wir mitkommen, dann werde ich sie kurz an unseren Busfahrer übergeben. Ach so, weil du es aufgefunkt hast. Hier ist jemand am PD wegen der Autofahrmietung, wegen den Steuern. Soll ich den wegschicken? Magst du herkommen oder weißt du, wer das ist? Aber was ist mit deiner Villa? Ach du, die werde ich wahrscheinlich verkaufen. Ich halte nichts davon. Immer so große, protzige Häuser. Es reicht doch eine Zwei-Zimmer-Wohnung, wenn man da noch eine Küche hat und dann seiner Arbeit nachgeht. Mit Dreischichtarbeit und dann schöner 2.000 bis 3.000 Dollar im Monat gewinnt. Ey, Chica, was geht? Aber Farud soll ich das dem Kollegah erzählen? Nee, nee, den darfst du das auf gar keinen Fall erzählen, Alter. Aber der Jürgen ist auch schon angepisst. Ich glaube, der Kollegah und Mario wären ein bisschen angepisst deswegen. Nee, den darfst du das nicht sagen, Bro. Ich sag dir noch, dass du weinig trainierst. Farud, so kenne ich dich gar nicht. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Oh, da ist ja gleich ein... Hallo, Jürgen? Wo ist das also? Beine trainieren und bei den Kopfballen. Jürgen? Ja, hi. Hey, wie geht's, Mann? Ich bin's, Farud, dein alter Bro. Wer bist du? Farud, Farud Gangban. So, stopp. Garud, Farud Gangban. Ja. Ey, Bro, wieso sagst du sowas, Mann? Vergiss nicht, wir waren doch Brüder. Hör mal zu, wir sind immer noch Brüder. Dankeschön, Bruder, du hast dich gestern. Das ist ein Praktikum, du hast total den... Hey, Bruder, komm mal her. Ja, Bruder, hey. Los Santos Vogel hat die Gehirnwäsche gebraucht. Halla, das reicht. Nee, Bruder, hör mal zu. Hör mal zu, das ist wichtig, dass wir auch mal diese kriminelle Schiene stoppen. Es gibt viel zu viele Kriminelle hier, Alter. Das kann's doch nicht sein. Und das Ökosystem. Hast du mal das Ökosystem gesehen, Jürgen? Oh mein Gott, da dreh ich durch wie ein Karussell. Das Ökosystem ist im Eimer. Wie wär's, wenn ihr Cousins mal alle euch zusammentrommelt und ein Fahrrad holt? Es muss doch nicht immer sein, dass da 15 Fahrzeuge fahren und immer da sitzt nur eine Person drin. Das ist doch schade für die Umwelt. Nee, 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 nee. Ich war auf alles Farid. Farud. Du hast mich sehr enttäuscht. Du hast noch ein Tagespraktikum bei der Polizei gemacht, Hallas. Das ging viel zu weit. Das ging viel zu weit. Nee, Bruder, du verstehst das falsch, Mann. Schau mal, glaub mir, das ist ganz cool hier. Schau mal. Was hältst du davon, wenn wir später die ganze Polizei zusammen bei dir in der Shisha-Bar feiern? Auf gar keinen Fall. Hey, die Jungs sind richtig cool. Vertrau mir. Die sind richtig cool. Die Jungs hat mich täglich weggehauen, weggesperrt, sich unterdrückt und jetzt sind die cool. Ja, das, schau mal, das war, das lag auch an mir, Bruder. Dieses ganze Testo, das ganze Testo, das war alles nicht gut, Bruder. Vertrau mir. Man kann auch naturell, man kann auch naturell sich Muskeln aufbauen. Ja, man kann naturell, das macht aber keinen Spaß. Ja, mit MyProtein. Kennst du MyProtein? Ja, MyProtein. I make you sexy.com, I'm a neck. Hör mal, MyProtein, MyProtein ist eine Supermarke, Bro. Da kannst du dir auch deine, da kannst du auch Muskeln aufbauen. Nicht so wie die ganz anderen Supplemente, Filialen. Also, ich sag dir ehrlich, ich weiß nicht, wer dir diese Gehirnwäsche reingeballert hat, aber ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Das ist alles, das ging alles zu weit hier, was du heute veranstaltet hast. Nee, du musst, du musst das alles aus einer anderen Sicht. Glaub mir, das Testo verändert Menschen, Jürgen. Nee, nee. Schau mal, Jürgen, wir können ja mal, wenn ich später mit meinem Praktikum fertig bin, zusammen ins Fitnessstudio gehen, da am Strand, was hältst du davon? Ja, das können wir gerne machen. Aber sei es, dass du dich in deinem Nackenreinstechle, wo du gerade, wie heißt es, Beine... Harut, komm. Oh, ey, 1199, 1199, Jürgen. 1199. 1199. 1199. Was ist 1199? 1199. Mann, wieso kann ich nicht laufen? Leitstelle hören? Einmal das 11-Fab-I-Dien-Zurufen. Für die 34. Äh, helfen Sie mir bitte kurz raus, 1199. Äh, ich bin in der... Ich bin... Die Tür müssen Sie aufmachen. Ja, ich glaube, ich glaube. Hallo, kommen Sie. Super. Kein Problem. Oh, jetzt muss ich hier doch runterjumpen. Hoppa. Gib Kette, Junge. Ich werde nicht fahren können. Da kommen wir nicht an. Echt? Wer da macht... Auf, ist und auch. Wie ist die Tür auf, da fahre ich. Ist auf. Einsteigen, ja, fahr ich. Steig ein, schnell. 1199. Ey, Töne, da bin ich doch dabei. Kommen Sie. Mehrere Zipoten, 1199. Hey, Junge, machen Sie bitte die Sirene an. Nicht, dass der ein oder andere zivil... Äh, uns... Ach, super. Machen Sie sich da keine Sorgen, Herr Ben. Oh. Was machen Sie da? Äh, alle... Auto fahren, und Sie? Sie sind auf den Bürgersteig gefahren. Was wäre, wenn da jetzt ein Kind drüber gelaufen wäre? Äh, dann hätte ich das Kind wahrscheinlich überfahren. Was geht, was geht. Och, das soll bitte nicht vorkommen. Fußwechselt haben Sie das gehört, Faru, und bitte achten Sie, was Sie machen, okay? Rockford neben der Bank? Markiert mal bitte. Der neue Fahrradfahrt gerade Richtung Westbutsch. Der neue Fahrrad gewählt mir, MashaAllah. Gewöhne dich nicht zu sehr dran, Bruder. Och, da haben wir doch einen. Wer ist da im hinteren Auto? Hinter dem Wagen? Schüsse. Einer von denen. Das ist einer von denen, oder? Das ist einer von denen. Hörne, nicht schießen, ich schießen, Leute. Äh, ja, ja, alles gut. Aber vielleicht ein bisschen, aber auch... Scheiße, Mann, ich habe nur einen Teser. Wird noch irgendwo geschossen? Scheiße, ich habe keine Munition, Moment, Moment. Keine Munition, Hand drauf. Ich habe, ich habe... Moment. Moment, Moment, ich muss nur nachladen. Nein, ich habe keine AP dabei. Oh, scheiße. Oh, mein TeamSpeak ist abgekackt. Wartet kurz. Oh, meine Säcke. TeamSpeak ist abgekackt. Ich komme nicht in TeamSpeak, lan. Lan, wieso komme ich nicht in TeamSpeak? Alles bei Ihnen in Ordnung, Farut. Ja, ich habe aber keine Schafe-Munition, ich habe nur Teser. Ja, ja, das ist gut. Kommen Sie mit mir oder mit Vordemo. Okay. Vordemo, was machen wir? Benötigen, dass eben die... Sicheren Sie jede Position, Herr Vaud. Ja, ich kann. Steffeln, Leipz, hier. Wohin, was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Officer Unterwischung. Okay, Herr Vaud. Ich? Bleib allein da oben. Ich war beim Life Invader, ja? Okay, dann würde ich es bitte... Wir müssen alle Leute... Einmal bitte alle... Anfrennen sich dann von hier. Anfrennen, einen Ort sammeln, am besten auf dem Parkplatz vom Life Invader, bitte TV's und Beamte voneinander trennen. Genau. Da sehen Sie mal was, ne, Herr Vaud. Ja. Oder was ging hier ab, Digga? Wie sind die, Bruder? Sind das Q6? 10-9 Immer diese Kriminellen, Alter Sowas geht doch nicht Achso, das sind Q6 Oh mein Gott, jetzt wird's witzig, Digger Jetzt wird's witzig, Digger Boah, geil, wo du Q6 geht in der Hubs Ich bin anderer Seite, jetzt wird's witzig Geil Oh, Entschuldigung, der Chief of Police Ich bin der Chief of Police, lassen wir mich Jetzt wird's geil, Bruder Ey, aber ich sag euch ehrlich, Bruder Polizei-RP macht schon Bock, Digger Du hast einfach immer Action, Digger Immer, und du kommst einfach nicht in den Knast, so, weißt du Das ist schon geil Hier sind wir hier mit dem schwarz-weißen Flannel-MT Na? Bitte den einmal entfernen Äh, los Das ist dein Klassikant Alle Qsengst, nein Nein Wo sind da noch welche? Äh, vorne beim Typ Wenn man bei der Fürsensensiv-Tankzelle und Schamotteladen runterfährt Äh, auf die Parkhaus Irgendwo da bei der Ammonation Bruder, der nette Fahrrad bleibt doch nicht, Digger Den hab ich abhandelt Da ist noch einer Da ist noch einer Wieso durchsucht? Ich weiß es nicht Wir haben hier drei Officer Komm, wir holen den Lass uns ihn holen Ich glaub, da ist gerade einer Kann es sein? Ja, eine unterfrüchte Ja, soll ich einsteigen? Läng sein Äh, einer auf dem Motorrad Droht die Kleidung flüchtig Ja, der ist nach rechts Äh, die Elchen Der ist direkt auf dem Boden Der ist im Parkhaus Da haben wir es jetzt Fahr bloß Mach ich, mach ich, mach ich Hier rein Komm, aufsteigen Alter, Polizei-RP ist richtig geil, Mann Das macht voll Spaß, Alter Hinter ihm liegt noch ein Kollege Auf dem Boden, ja Den hab ich da abgelegt Das war's auch wieder mit ihm Ich schwör, das ist voll geil, Mann Dieses Ding und so Ja, grüß mal, dann hast du ein Verband für mich Fahr ruhig, steig ein, Fahr ruhig Ja Heute spielen wir mal Taxi Kein Thema Ne, der ist ja Praktikant heute Ja, ja, deswegen sag ich ja Wir machen heute, heute machen wir mal Ausnahmsreise Ja, Bruder, normal, alter, Polizei muss stark sein Abonnation, da, fahren wir dahin, fahren wir dahin Ja, warte, was ist denn mit dem, dem... Bruder ihr runter, TV Soll ich ihn trein lassen, oder? Soll ich ihn zum anderen, der da zu den Sanitätsern bringt? Nee, zu denen hinten haben wir... Ohhhh Er läuft aber auch genau Du musst jetzt aufpassen Sorry Lunge! Hör mal zurück Es fallen immer noch irgendwo Schüsse, ne? So, der mit dem TV steigt aus, und lässt den hier ab Ja Du steigst aus? Ja, wo soll ich ihn hinbringen? Hallo? Hallo? Jaa Einmal hier zu den anderen TVs, hier direkt vor uns Und dann beim TV bleiben erstmal Ja, dankeschön ABB für deine 120, ich küsse deine Augen ABB, dankeschön, dankeschön für deinen Support Aber wo ist der Jürgen, Alter? Was ist denn hier der Arme? Alter, jetzt wirds geil Bruder, wenn die alle im Knast sind Das weiß ich tatsächlich auch nicht Oh mein Gott, Digga Jetzt wirds echt Rauke ist es zwischen Life Invader und der Bank Äh, der 9? Also weiter Richtung Westen Haben wir eigentlich Schussbefehl oder müssen wir irgendwie warten? Äh, sobald auf uns, genau, sobald auf uns geschossen wird, spricht aktives Schussbefehl Erlaubt uns auf die Person zu schießen Okay Hab ruhig, ich will Guzman kommen Wie kommen Sie? Einmal zum Fassel zum Beispiel Ähm, 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 ein Funk Ich krieg zu viel wegen dem Funkton Ich bin froh, dass du nicht im Funk bist, Fahrrad, oder bist du im Funk? Ja, ich bin auch im Funk Wenn ich einen Overwatch besetzen und... Ohhhh Sorry Sorry Eigentlich wär ich auch dabei, was meinst du? Oder am Ende musst du... Chillt doch Jungs, das ist das RP, Digga, das wird doch witzig Bist du wahrgabt? Bist du an alle Einheiten, einmal die Sirenen abschneiden, dann live im Wade Alter, wie viele, Digga, was haben die gemacht? Moruch Achso, die haben Staatsbank gemacht, oder was? Hey, Vorur, was machst du denn hier? 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 Verdammt der Scheiße Hey, 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 hey Hey, wie bist du denn hier? Hey, wie bist du denn hier? Hey, bitte, ich schrei nicht so laut Ich bitte, ich bitte Sie, Ihre Stimme zu singen Ah, okay, okay, diese Testung... Sind Sie neu oder was? Ich verstehe, ich verstehe Die Polizisten sind Fanboys von Ihnen, was sagen Sie dazu? Wer denn? Halt mal deine Fresse, Digga Geh mal, geh mal zur Seite wie dein hässlicher Undercard, du Pisser Hey, guck mal Keine Kraftausdrücke hier bitte, ja? Nein, 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 halt deine Fresse, ich werd wie ich will Warum? Ach Das bist du denn von einer Ich bin so wie ich bin und das wird Sie nichts ändern Bis zum Tag Du hast die Handschellen hier auf und ihr muckst auf, ne? Also, entschuldigen Sie, entschuldigen Sie, wer sind Sie denn? Ich? Ja Ich bin der Praktikant und du? Ah, okay, alles klar, ich bin auch ein Praktikant Sollen wir das hier wieder mit PD-Handschellen machen oder nehmt ihr eure Hand? Nein, 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 nein Einmal bitte die Maske abnehmen Verdammte Scheiße was da sind sie doch ich weiss nicht ob es gemacht wurde damit sie es aufwissen sie haben uns nicht zu schweigen alles was sie sagen kann, wird vor Gericht gegen sie verwendet sie haben zu jeder Vernehmung ein Vertreger das Recht an Vertreger zu ziehen, wenn ich keinen Vertreger leisten kann ich? genau sie die haben mich mit zu diesem Shot genommen ich sollte so ein Overall anziehen wo ist Jürgen Digger? und wie lange sind sie schon praktikant? ich bin Jürgen, Jürgen, das wäre witzig ah, John und John auf da hinten an den Bäumen und an den Leuten halt die Fresse, das ist mir ruhig einmal bitte stehen ich fick diese Wanderer mal die Maske abnehmen ja alles klar, ich werde auch immer mal Handschein ansetzen so und dann ich muss hier zu den Kollegen ich bin komplett wieder ich bin komplett wieder getweifelt ey der Medik ist einfach weg ey wir haben den wir schon mal hinterher hinterher von allen Seiten ja Kollege ey hey wo wo ne Frage zur ne Bruder die Cousins können doch auch RP die verstehen doch das das ist doch nicht ernst also John und John ist hier also John und John ist hier ich wollte schreppen mal schrecken bitte jeder ist hier man für euch ist ich sitze hey Farad Farad komm her hallo hallo dürfte ich sie bitten nicht zu schreien ja ja was ist bei dir geworden man ey du ist ein Snitcher du bist ein Snitch ja ich hab ich hab aufgehört ich hab aufgehört Tester zu nehmen und ich bin nicht mehr kriminell ja wenn ich diese schrecklich werden wenn ich diese Spritze finde ich steck die in den Arsch danke nee nee ich verspreche dir komm schon ab heute hab ich den kompletten Respekt vor dir verloren und ich werde ich jagen ganzen Tag man ne ne erdammt der Scheiße du wirst vielleicht auch eines Tages äh äh auch ein besserer Mensch ich glaub nicht setz das Testo ab setz das Testo ab komm nimm mal deinen Anglerhut runter du Angler ne das ist besser das ist das hat RIP man das hat RIP ich merke mir alles ja ja Farood lass ich mich hören ja da hast du recht ich muss mir Meinungen von Kriminellen nicht anhören ja Farood hör auf den Chef Farood hör auf den Chef Farood mach was er sagt du ist richtig ja bestellt 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 ja 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 Murat der ist richtig krass HAA denn so und platzi sie auch am nationalen Kollegen ja kann aber schon anfangen sogar Ozan ist da Bruder JEDER IS DA LAN der OVOT hat mit der OVOT der OVOT riecht Richtung Tatort Bist du morgen wieder der Normale? Vielleicht mache ich auch heute den Move. Redump der Scheißer, Mann. Ich hab ihn, ich hab ihn. Einmal die Maske absetzen. Warte, warte. Warte, warte, ich setze den Fußfessel mit an. Kann sich einmal mit dem Rücken zunehmen. Soll ich heute wieder der alte Farut werden? Oder soll ich das erst morgen machen? Dann kann ich mir doch vielleicht was Krasseres überlegen. Hallo, bitte schreien Sie hier nicht rum. Macht eine Abstimmung, wie ihr wollt. Sascha, macht eine Abstimmung. Aber denkt dran, wenn ich das morgen mache, kann ich vielleicht was Geileres planen. Heute mache ich das eher spontan, Digga. Heute wird das dann eher spontan. Denkt das. Farrot, 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 Farrot. Lösch meine Nummer, Farrot. Dein Ruf ist kaputt, dein Ruf ist kaputt. Ey, hört mal auf, Jungs, hier bitte rumzuschreien. Ey, es ist nicht so nett, es ist nicht so toll. Zwei ihrer Kollegen haben schon versucht zu flüchten. Also die Entscheidung, zum Start zu wechseln, ist echt toll gewesen. Ich werde Ruhnen einmal Handschellen ansetzen. Also ich finde auch, dass es morgen besser wäre. Sag ich euch, wie es ist. Also denkt dran. Für morgen kann ich mir dann was Krasses einfallen lassen, Digga. Ey, was ist hier denn passiert? Aha, Jürgen. Wo ist Jürgen? Ah, da. Ja, wie gesagt, ich wollte hier im Motorrad fahren, auf einmal wurde ich hier angefahren und dann wurde auf einmal gehalten. Mehr war ich nicht. Ich habe mit denen nichts zu tun, mit denen. Jürgen, warum machst du sowas, Mann? Guck mal, guck nicht mal an. Guck nicht an. Mit deiner Feuerwehrweste. Guck nicht an. Du siehst aus wie ein Mietbulle, Bruder. Was ist mit dir passiert, Mann? Er hat uns verraten. So, aber ich sag mal so, du mit deinem Wischmopp aufm Kopf brauchst du nicht so rumzuschreien. Ey, was ist mit dir denn los? Hab ich mit dir reden? Ich weiß nicht wohl, hab dich gehört, aber. Ja, Kelp. Hallo Jürgen, kannst du bitte die Ausdrucksweise ändern? Ja, ja, glaub ich. Hör mal zu, ich habe hier nichts mit zu tun. Guck dir doch mal die Leute da an. Also du musst hier auch nicht rumschreien. Ja, ja, natürlich. Ich werde ihn erstmal die Handstellen anlegen und alles weitere klären wir dann gleich. Leiden Sie mal bitte nicht so rum. Ja, da hatten wir da gute Dame recht. Lolli. Warum bist du so zu mir? Nee, das war einfach nicht rum. Hey, Chief of Police. Ey, ich komm nicht. Was ist das? Chief of Police. Einmal einen Bus und die Rechte. Jetzt halt doch. Entschuldigung. Einmal die. Einmal bitte in den Bus und dann schieben wir dann die Rechte durch. Sehr gerne. Entschuldigung. Faru Daka 6 9. Snatch 9. Chief of Police. Nee, 9. Faru Daka 6 9. Darf ich vielleicht, wenn wir den Bus fahren, die Rechte vorlesen? Sehr gerne, sehr gerne. Ich bin sicher auch. Äh, ja, ich weiß nicht. Was passiert ist? Ich hab keine Ahnung, was hier passiert ist. Ey, Jungs, einer muss mal kurz die Rechte schreiben. Herr Litt, ich wollte dich nicht enttäuschen. Ja, aber hier ein Funkbruch hat wirklich niemand verstanden. Hier ist es so laut. Ich weiß, alles gut passt. Dann funken Sie mein Loch durch. Was, was wollten Sie denn mitteilen? Ey, Faru, das hättest mir niemals, äh, kurz bevor ich jetzt... Verdammte Scheiße. Ab heute heißt es für mich. Hey, hey, hör mal zu. Ab heute heißt es für mich Faru Dudley says. Heute hat gewonnen, okay. Du lässt dich viel zu sehr von denen belastigen. Ja, nee, alles gut. Die sind alle auf der falschen Schiene. Vielleicht werden sie eines Tages auch auf den richtigen Weg kommen. Ja, ja, ich denke auch. Die haben halt, äh, ein zu großes Mundwerk dafür, dass dann Handscheiden sind, ne? Ja, auch richtig. Nein, solange er da war. Herr Weißler, ich bin der Chief of Police, Louis Slay, hallo. Ja, was geht's? Ich bin sehr enttäuscht, dass Sie hier nur mit verwickelt sind. Was für verwickelt? Ich bin Motorrad gefahren. Auf einmal, hab ich dich schon voll gebaut, das war's. Hm, Sie sind, ja, ja. Hey, Chief of Police? Bitte. Darf ich den Bus fahren? Ich hab Jürgen, glaube ich, angefahren aus Versehen. Kennen Sie, haben Sie einen Führerschein? Ja, ja, selbstverständlich. Ja, dann dürfen Sie nicht fahren. Lösch meine Nummer. Ich schwör auf alles, lösch meine Nummer. Hallo Jürgen, du bist jetzt erstmal ruhig. Ich hab Hunger. Du musst jetzt in den Klass. Ich hab dir gesagt. Ich hab dir gesagt, komm auf die andere Seite. Ich hab dir gesagt, komm auf die andere Seite. Oh, dann lass mich, da kommen die Tränen. Ich mein zu ernst, da kommen die Tränen. Ich schwör auf meine Mutter, da kommen die Tränen. Alles gut, man, alles gut. Es wird alles gut, man, alles gut. Ich traue mir, du setzt das Testop, man. So redet das mir schon viel besser aus. Ich hör auf jeden Fall, dass es dir viel besser geht. Ja. Du bist hart mit deiner Sombrette, ne? Passt mir auf Loredana hier, ne? Deine gefächte Sombrette von Pazard. Können wir bitte nett gegenüber den Damen sein? Hallo Jungs. Hallo deine Fresse. Bitte Respekt gegenüber den Damen. Nein, ex aus Prinzip nicht. Bitte respektvoll gegenüber den Damen. Das sind auch Menschen. Aus Prinzip nicht, aus Prinzip nicht. Machen sie sich da keinen Kopf, die meinen das nicht so. Frau, wie war ihr Name? Wala, wir meinen das so und noch schlimmer. Und noch schlimmer. Treten Sie jetzt zurück. Hallo, treten Sie bitte zurück. Machst mir auf Loredana. Machst mir auf Loredana, ne? Treten Sie bitte zurück. Wie redest du mit uns hier? Alles gut, alles gut. Hast du ein Problem, oder was? Ey, was wollen sie von mir? Ich habe ihn, ich habe ihn. Ich glaube, der wird verarbeitet jetzt nicht. Ey. Achla, Jürgen. Achla. Achla, Farud. Mein Bruderherz. Mein Bruder. Ich hab dir gesagt, Alter. Hast du gesehen, wie die mit mir reden? Hast du gesehen, wie die mit mir reden? Hör mal zu, Jürgen. Du musst auch, du musst auch mal mit deiner kriminellen Schiene da aufhören, Alter. Aber warte ganz kurz, Bruder, warte ganz kurz. Hast du gesehen, wie er mit mir geredet hat? Ey, Chloe, was mit dir passiert? Ja, aber das hat bestimmt seinen Grund. Das hat bestimmt seinen Grund, Bro. Bruder, ich wollte gucken, wer dieser Millionär ist, der hier Geld verteilt. So, der Herr, stellen Sie sich jetzt wieder zu Ihren Kollegen da rüber. Nein, was denn nicht. Können Sie ihn bitte auch? Stellen Sie sich rüber zu Ihren Kollegen sofort. Stellen Sie sich bitte rüber. Ja, okay. Super, so läuft das doch gut. So, Jürgen. We are my brother. Ähm. Ich hab doch gar nichts damit zu tun. Was wollt ihr denn von mir, Mann? Was soll der Scheiß? Boah, guck mich. Du hast mein Herz gebrochen. Waller, du hast mein Herz gebrochen. Das war's. Oh, Bruder. Ich schwöre dir, ich werd Farud gleich essen, Alter. Ich werd ihn grillen und essen. Ich werd ihn grillen und essen. Ich bin enttäuscht. Ich bin mit seinen Geld Würfel, alle Techniken. Alles gut, Mann. Alles gut. Komm, wir bringen euch jetzt einzeln gleich in den Bus. Warud, ich werd dich fressen. Ich schwöre wie ein Kanniball. Oh, fressen, Mann. Wie gesagt, wir werden deinen Namen beschlossen. Dein Name ist beschlossen. Dein Name ist beschlossen. Ey, Jungs, 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 chill doch. Bester Mann, er ist abgehauen. Ich küsse seine Augen. Bester Mann. Wir sollten den Kindern ever do us here fix, Alter. Ey, warum werde ich von jedem unterdrückt? Ajoa, Ajoa. Alles gut. Ajoa, der auch, Koseck. Wir rennen hoch. Aus die Eskalation. Flücht. Ein Flucht... Ein Flüchtling. Oder wie man das auch nennt. Damit ihr Bescheid wisst. Bleiben auch bitte ein paar Leute bei den TV-Versen. Alle einer Person hinterher. Alles gut, alles gut. Wenn sie nicht alleine laufen können, dann helfe ich ihnen beim Laufen. Gar kein Problem. Ja, PD? Ja, richtig. Sascha, nimm den gleich runter, Bruder. Direkt. Direkt. Weg mit dem. Direkt runter. Dreft doch mal, ja? Dreft doch mal. Haha, das ist schief. Bordmaschine. Bleiben wir stehen. Oh, Mann. Hast du runtergenommen? Ja, Allah, ey. Wie auch wollt ihr mich noch felsen? Meine Hände tun weh. Direkt runter, Bruder. Weg mit dem. Wer hat sie denn... Welcher Office hat sie denn festgenommen? Ich weiß es nicht. Okay, danke, Bruder. Ich küss dein Herz. Also sind sie einfach so festgenommen, oder was? Danke, Abibi für deine 300 Bits. Ich küss deine Augen. Das hände sie denn im Auge des Jägers. Aber guck mal, es gibt ja auch welche, die nicht vermuten. Vielleicht hat nicht einer von davon festgenommen. Kollege, ich weiß nicht, wer mich festgenommen hat. Ja, Allah. Okay, dann äh... Ich hab keine Ahnung. Kurz mal, leider musst du weiter hier stehen bleiben. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Hey, Jungs, bleibt doch mal jetzt stehen am Unterräumen. Wo wollt ihr mit euren Handstellen hin? Kindergarten, dann? Ich will einsteigen, aber es geht nicht. Hey, Jungs, benimmt euch, benimmt euch. Die Türs verriegelt. Die Türs verriegelt. Geht die Tür nicht auf, oder geht die Tür nicht auf, oder geht die Tür nicht auf? Alles, reicht. Ja, Jungs. Lass dir mal jetzt ihre Arbeit machen. Was, Mann, Aua! Ich konnte nicht, es ging nicht. Ich lüg doch nicht, Mann. Was schießt du auf mich, Kollege? Ey, ich kann hier irgendwie nicht rein, Mann. Ich kann auch nicht. Guck, das geht für sich schön. Das Handy nicht, Alter. Ich schwöre bei Gott. Mein Handy ist zuverfacht, Digga. Ich schwöre, meine Handstellen sind zu fest, oder sowas. Schabern ist doch live, oder nicht? Bruder, wie du ein Auto eingesteigst, ganz normal, komm rein. Ey! Paarut. Hallo. Ja? Äh, ja? Ja, jetzt. Ja. Ja, was ist los? Ich sag gar nichts mehr. Was soll passieren? Digga nooo! Jürgen. Jürgen, Mann, Alter. Ich hab dir doch damals gesagt, Alter. Ich hab noch davor mit dir telefoniert. Keine Ahnung, warum. Ich hab gar nichts gemacht hier, Junge. Oh, das stimmt sogar eigentlich. Es geht nicht. Ich hab gar nichts gemacht. Ich schwöre bei Gott. Es geht nicht. Ich wurde gerammt. Dann bin ich erstmal zum Himmel, hab meinen Sip kurz am Mond gelassen, bin wieder runtergeflogen. Okay. Keine Ahnung, jetzt. Dann wurde das Feuer auf mich eröffnet. Ich hab gar nichts gemacht hier. Wirklich. Ich glaub, ich hab einen Streichstus am Fuß. Das wird wahrscheinlich geklärt bei den Zellen oder am PD. Weil ich wollt wissen, wer der Millionär ist angeblich. Der hier Geld rumwirft. Ja, wann bringen wir denn die TVs in den Knast? TVs. Dankeschön, Cringer. Ja. Ich wollt grad den Sheriff anrufen und mich bei ihm entschuldigen, aber er geht wahrscheinlich auch nicht. Ja, aber eine Frage. Ja. Wer hat mir Fußweste gemacht? Bin ich Halli Balekter oder was? Das ist einfach zu ihrer Sicherheit und zu unserer Sicherheit. Ja. Ja. Hab ich gemerkt. Wie gesagt, das wird alles gleich geklärt. Und dann... Na komm, keiner geht ran, Land. Ich will mich bei ihm entschuldigen, Digga. Ich wollte mit Bunny bisschen... Warte, ist Serena da? Ich muss sagen, die einen hier hinschicken. Ne, das ist unbelievable. Alles klar, Cabro. Schlaf gut, Bruder. Ich küsse deine Augen. Long, Dankeschön Habibi für dein Abo. So, ich küsse dein Herz. Dankeschön, Bruder. Danke. Jungs, ihr zieht das unnötig in die Länge. Eure U-Haft hätte schon längst angefangen können. Aber eben keiner ist da, Digga. Ja. Einfach so. So, Jürgen. Was machen wir jetzt mit dir? Kommst du eigentlich mit, oder? Äh... SG, denke ich. Kommt der auch ins SG? Ich könnte mal... Agent Ash? Äh... Was passiert eigentlich hier mit dem Jürgen? Fragte der Fahrrad. Fragte der Fahrrad. Fragte. Letzte Fluglichtung des EMW ist bekannt. Also, die Herren, sie hören mich alle klar und deutlich. Okay, also, sie haben das Recht zu schreien. Ey, lass mich das machen! Lass mich das machen! Ich würd gerne die Rechte vorlesen! Ich würd gerne die Rechte vorlesen! Nein, Jürgen! Wird schief, ich komm mit! Bist dich, Alter, ey! Bist dich, Alter, ey! Okay! Frau, mach dich ab hier! Also! Hört mal bitte zu, meine Lieben! In diesem Bus dürfen nur Männer sitzen. Herr Ben, hör auf zu schreien! Und jeder, der hier schreit, wird auf der Stelle auf damit! Bitte hört auf die Kneipen, Gabi! Hallo! Hört mal bitte zu, Jungs! Ich lese euch jetzt die Rechte vor! Halt die Fresse, Alter! Ihr habt das Recht zu schweigen! Alles, was ihr sagt, kann und wird vor Gericht gegen euch verwendet werden! Ihr habt das Recht auf einen Anwalt zu jeder Vernehmung einen Verteidiger hinzuzuziehen! Wenn ihr euch keinen Verteidiger leisten könnt, dann wird ihnen auch euch keiner zugestellt! Habt ihr eure Rechte verstanden? Ja, Ali Mansur fick dich trotzdem! Ich hab alle die Rechte verstanden! 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 Ich meine Augen! Ah, Ali Mansur, Ivar Farus! So, ich glaub wir können wie muss man äh... So, den Boden wird natürlich auch einmal von außen abgesperrt, dass wir auch hier nicht rauskommen, ja? Super! Gut! Dann fahren wir jetzt einmal ins SG! Super! Bitte fahren Sie vorsichtig! Ja, wir stehen viele Menschenleben auf dem Spiel! Alles klar! Mach aber albanische Musik mit meinen... Nee, 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 nee! Ich... Du hast... Du hast deine Handschellen gebunden! Ey, fahre halt mal kurz an! Das ist der Millionär! Ich bin mein Hack! Ich mach jetzt... Ich mach jetzt was für euch auch! Was richtig Drip hat, alter! Mach mal! Ja, machs du rein! Jer! Ich mach sie bitte rein! Stimmt! Komm! Ah! Ja! Ja! Morgens wird die ganze Stadt über dich reden! Jer! Morgen wird die ganze Stadt über dich reden! Ja, Seara, go! Ja, KMN ist die Gang. Das ist der Landsmann, DiCapri. Normal. Ja, komm, komm, das ist zu viel Hate, das ist zu... Wir wollen mal was Schönes, wir wollen mal was Schönes hören jetzt. Ach, das ist doch schön. Da geht mir doch glatt mein Herz auf. Wow. Paro, durst mich echt verändert, Mann. Wow, das ist doch interessant, Jungs. Hört den Songtext, da steckt viel Liebe dahinter. Da steckt viel Liebe dahinter. Baby, komm, wieder geh. Ich bin Volk, viel. Mäusen kann uns keiner sehen. Und ich weiß, du stehst auf Meadow, also komm, wir gehen. Ich bin Volk, viel. Mäusen kann uns keiner sehen. Und ich weiß, du stehst auf Meadow. Ich dreh ein paar Runden und seh eine Schlange, als wären sie Kunden. Ich weiß doch, sie wollen zu mir machen, will da, weil alle sind noch... Kudi heißt, die Gang. Ich kenn diese Mädels, weil ich bin berühmt. Ich trau' ich keine Nummern und zeig' kein Gefühl. Doch eine von vielen Welt, auch wie zu süß. Ich geh hin, was für Schäme. Und ich frag, wie sie heißt. Wie ich schüchtern und komm drauf nicht klar, weil sie weiß. Und ab jetzt ist sie meins, denn ich will mit ihr weg. Ihre Augen zu schön und ihr Körper perfekt. Also, ich rede gar nicht viel und sage, komm und weil ich mit der Gang. Dann hat sie zwei Freundinnen mitgenommen und sie weiß, was ich mag. Ich brauche sie nicht zu fragen, wenn ich weiß, wie bei Jagd und mir so oft die Daten. Komm, alle zusammen. Richtung Wolke 10 Uhr sehen kann uns keiner sehen. Und ich weiß, du stehst auf Meadow, also komm, wir gehen. Richtung Wolke 10 Uhr sehen kann uns keiner sehen. Wir gehen erst mal essen, ich stell sie so da, als wär sie ne Prinzessin. Den heutigen Tag zu vergessen, ist fast schon unmöglich. Kann ich dir verbrechen, sie fragt mich, ob man sich noch sieht. Sie denkt sich, dass es bei mir sowas nicht gibt. Ja, irgendwie hat sie sich in mich verliebt. Doch so ein Gefühl hatte sie ja noch nie. Meine Hand will sie nicht loslassen. Ja, sie will sie nicht loslassen. Es wird keinem so passen. Es wird keinem so passen. Wenn wir uns wieder treffen, bin besessen. Ihre Blicke mache mich an, so wie Gucci Letten. Ich kann auf alles wetten. Sie wird mir auch morgen schreiben. Bei mir bleiben, niemals schreiten. Mich auf meinem Weg begleiten. Sie hört mich auf zu kleben. Komm, lass die Leute reden. Lass uns lieber weggehen. Meine Batzen können wir beide sehen. Komm, wir gehen. Richtung Wolke 10 Uhr sehen kann uns keiner sehen. Und ich weiß, du stehst auf Meadow. Also komm, wir gehen. Richtung Wolke 10 Uhr sehen kann uns keiner sehen. Und ich weiß, du stehst auf Meadow. Wow, was für ein schönes Lied, Alter. Das ist Folter. Das ist Folter. Wow. Crow. Komm, wir hören uns mal was Besseres an. Komm. Hören wir mal auch etwas an, was wir gerne bei der Polizei immer hören. Und das sehe ich öfter, dass wir immer wieder bei der Polizei im Radio das Laufen haben. Hört euch an, Jungs. Das ist ein richtig krasser Rapper. Das ist ein richtig krasser Rapper. Das hören wir immer im PD. Das ist genau ein 31er wie du. Oh nein. Da steckt viel Liebe dahinter. Hab ich viel Liebe. Tschüss, Liebe. Anik, liebe Anik. Anik, diese Musik, Anik. Ich lese den Knopf. Ja, man, ja. Ich lese den Knopf. Ja, man, ja. Ja, man, ja. Ja, ich lese den Knopf. Das Lied ist schon geil. Ah. Man hört der Regen bloß auf, Mann. Ein Handvoll wie wir. Alles wird gut, Cousins. Alles wird gut. Zeigt denen, was euer Traum ist. Wie geht das? Hä? Ja, der Bus war von außen und innen abgesperrt. Okay, jetzt gibt es keine Chance, ne? Bruder, bleib drin, bleib drin, bleib drin. Ich kümmer mich darum. Schieß doch nicht. Ich nehme ihn mit dem Taser. Schieß doch nicht. Ah, Digga. Ich wollte ihn mit Taser holen, Digga. Der Arme. Ich verstehe es nicht. Die Füße ist von innen und außen abgesperrt. Die, die da durchkommen. Die, die da durchkommen. Was für ein Flow, Jungs. Gibt euch diesen Flow. Oh. Ja. Oder ich habe Polizistensohn geschaut, das gibt es nicht. Polizistensohn gibt es nicht. Ich hoffe morgen, weiß die ganze Stadt von dir. Officer, Officer. Officer im Bus. Die Frau Fjara. Abstimmung. Brian, wie ist dein Name? Mein Name ist Chief of Polizistensohn. Chief of Yara, ich hatte noch was gesagt. Chief of... Chef des Spies, oder was? Aber seit wann fährt ein Chief of Russland, was ist das? Ich dachte, du bist im Büro, Digga, und bist der Chef. Aber da sind Chief of Big Zips. Einfach Chief of Yara. Ich habe hier noch einen Verletzten. Nun legen Sie ihn ab. Das ist auf jeden Fall traurig, ja. Was für Neues, Mann. Super, das funktioniert perfekt. Alle bitte raus. Kommen Sie bitte einmal hin. Ja, ich komme, ich komme. Alle nacheinander, Jungs. Alle nacheinander. Aber machen Sie mir keine Handschellen an. Ey, hallo. Keine Handschellen, bitte. Ey, meine Mütze, Alter. Die war teuer, Mann. Ja, aber keine Handschellen, bitte. Okay, es wird keine Handschellen angelegt. Alle an die Wand, bitte. Herzlichen Dank an die Wand. An die Wand. Super, das funktioniert wie ausgezeichnet. Hallo. Perfekt. Hallo. Noch mal zur Vorstellung. Mein Name ist Luis Litt, Chief of Police. Hallo, hört mich hier noch. Wir hören Sie ja. Ich kann nicht raus. Luis, nicht da. Luis, nicht raus. Gut, mein Name ist Luis Litt. Ich bin der Chief of Police. Ja. Sehr schön. Erstmal zu verdeutlichen. Ich leite das PD. Okay? Okay. Ich bin für das PD zuständig. Das interessiert keinen, Alter. Mach jetzt hin, Mann. Warte, 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 warte. Die sind korrekt. Wir sind korrekt zurück. Was heißt denn bitte? Es interessiert keinen. Seid bitte korrekt, ey. Ich habe schon Knastschaden verletzt. Wenn ihr jetzt kooperiert, dann wird das Ganze auch besser verlaufen. Passt zu operieren. Ja, halt. Sie ist los. Vergiss, woher du herkommst, Junge. Sie haben leider sehr, sehr viele von unseren Officers verletzt mit ihren bösen Waffen. Ich habe gar nichts gemacht. Das wird jetzt gleich jemand von der Justiz mit Ihnen erstmal besprechen. Ich bitte Sie in dieser Zeit hier ganz brav zu stehen. Falls Sie etwas zu essen oder zu trinken brauchen, dann schreien Sie bitte ganz laut, ja? Schreien mal laut. Super. Ich brauche Essen. Ich brauche Essen. Sie brauchen Essen. Ja. Hallo, ich sitze noch im Bus. Ähm. Ich sitze noch. Ich sitze noch nicht. Ey, was? Geil ja nicht. Nur ein Brunnen. Ich klebe hier auf dem Stuhl. Ich habe Hunger. Ey, ich gebe mir aber einen Jibbit, ja? Ich steine die nicht aus. Ich kann nicht. Der Fett ist richtig. Hey, wo hast du denn? Ja. Farad, ich gebe dir Geld. Ich mache einen Kick an, wenn das passt, Bruder. Weil jetzt gerade ist es bisschen schwer. Jungs, schaut mal, das Geld macht nicht glücklich. Geld macht nicht glücklich. Diese ganzen Frauen und Autos und so, das ist nicht alles, Jungs. Ja, so. Ich gebe dir die Testo-Spritze, Cyril. Bitte. Nee, nee, bitte. Ich will keine Testo-Spritze. Ich werde die sowieso in den Arsch decken. Glaub mir. Dann wirst du sowieso wieder so machen, Bruder. Vertraue mir. Nee, Junge. Ich stehe durch. Stellt euch alle an die Wand. Und wir kooperieren. Ey, hallo. Sorry, 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 sorry. Super. Oh, ich habe mich verletzt. Matthias wurde weggeschickt. Ich habe sie nicht mehr sehen lassen. Nun, vor allem, ich will Ihnen gerne unseren heutigen Praktikant vorstellen. Das ist Herr Ging-Bank. Der hat er ja auch einen Schuh so aus. Bitte? Wieso hat er denn einen Taser? Den habe ich Ihnen anvertraut. Er ist bis jetzt sehr sorgfältig damit umgegangen. Und hat einen Officer sogar damit gerettet. Ja. Was für ein Kild bist du auch? Wieso lachen Sie, Frau Baku? Das war Frau Sanchez. Bitte? Das war Frau Sanchez. Also, Frau Sanchez... Ich habe mich verschluckt, Entschuldigung. Sie haben geschluckt, was? Fahrzeugzimmer noch offen. Wie geht dann die Zentralverriegelung? Warum haben wir was hier passiert? Das muss doch nicht sein jetzt. Das muss sein, aber sowas von. Hey, das muss nicht sein, Mann. Das muss nicht sein. Hey, Frau Sanchez. Hey, Frau Sanchez, Mann, bitte. Fadron, Dankeschön habe ich mich für deinen Hust, Bro. Ich sehe das erst jetzt, Bruder. Warum schon so früh auf? Ich habe nichts getan. Nur eine Bier getrunken. Diese Goldketten, das ist doch nur Protz, Mann. Das ist doch nur Protz. Dein Angler ruht auch. Nee, Jungs, ich kann euch nicht rausholen. Ihr seid dafür verantwortlich. Ihr seid dafür verantwortlich. Fahrrad, diese Spritze wird ihr gut. Vertrauen wir einfach. Du hast ja nicht Spritze, Mann. Zeig mir mal die Spritze. Die Spritze zeige ich dir, wenn wir am Anwesen sind, Bruder. Die liegt unter dem Bett. Hast du jetzt keine dabei? Nein, Bruder. Also ich sage dir ehrlich, Alter, so eine Testo-Spritze, boah, das wäre jetzt schon... Ich sage dir ehrlich, Alter. Ich kann dir was anderes geben, Bruder. Ich kann dir was anderes geben, Bruder. Hab ich Trembolon gehört? Oh mein Gott. Ja, Trembolon, Trembolon und Testo. Hey, Fahrrad, Fahrrad. Ach, da sprich ich mir gerade schon ein bisschen zu, Alter. Aden, Prit, Prit. Guck mal, Fahrrad, ich habe etwas in meiner Tasche, aber sag keinem. Da drin ist ein Spezialgetränk, das habe ich gestreckt. Bisschen mit Arschhaaren, aber ein bisschen auch mit Trembolon. Wenn du das trinkst, wirst du wieder mad. Mann. Ich weiß nicht, was du hast. Komm, bitte, bitte, Bruder. Wir haben alles für dich getan. Wir haben die ganze Stadt für dich getrinkt, Alter. Das ist der Dark, Alter. Ich zeig dir, warte. Warum scheiße, gib ihr nicht. Das kannst du nicht bringen, Mann. Und das ist, das ist... Wasser ist gemischt mit Trembolon? So musst du dann trinken, alles. Ich schau ihn hier. Was ich sage, ehrlich, so eine Testo-Spritze, Alter. Ey, die Kaffee. Ich spiel sie dir rein, ich spiel sie einfach an. Nein. Boah, ich weiß nicht, so eine Testo-Spritze, Alter. Also ich hätte schon ein bisschen Bock auf so eine... Also ganz ehrlich, Alter. Eigentlich wollte ich das ja nicht noch machen, aber... Ich brauche, ich brauche diese Heroin, Digga. Ich brauche irgendwas, ich brauche irgendwas. Denk an die schönen Zeiten, Alter. Und die kleinen Eier, die du hattest. Und die einen Praktikanten haben... Diese Zeit... Diese Zeit... Ja, und diese Pickel auf der... Auf der Brücke und auf der Fresse, Mann. Denk an die schönen Zeiten, Alter. Ja gut, das müssen sie sich jetzt nicht tausendmal wiederholen, ne? Diese Muskeln, die aus 80% Wasser bestehen. Was passiert denn hier? Alter, ich merke diese Zeiten, Mann. Die waren krank, Alter. Und du mit der Sonnenbrunne, du hast nichts zu melden. Ja. Haben Sie vielleicht was beschlagnahmt von den Herren? Welche Steife befindet es? Welche Steife? Ja. Nee. Okay. Haben Sie... Haben Sie was von den Herren beschlagnahmt? Äh, nee, ich hab nichts beschlagnahmt. Ich geb dem gerade Essen und Trinken. Jetzt noch einmal aus die Reihe Tams. Jetzt wird gefesselt, okay? Verstanden bekommen, ja? Hey, ich muss kurz aufs Toilette hier. Stell dich da hin. Ich muss mein Sipp hier entleeren. Guten Abend, Mädels. Ich hoffe, euch geht's gut. Mach das am Busch vorne. Ja, und dir? Super, ich wünsche Ihnen allen einen schönen Arbeitstag. Ja, dir auch. Ja, freut mich doch. Ich bin übrigens Praktikant jetzt bei der Polizei. Wer heißt du dann? Ich bin Farud. Ich bin's. Hast du auf den Kopf gefallen? Nee, ich hab aufgehört, Testo und Trembolon zu nehmen. Okay, krass. Ja, so geht das mir auch viel besser. Ja, das freut mich dann. Äh, Medics, ich wollte mal was fragen. Ihr habt doch bestimmt so Heroin oder so Spritzen irgendwas dabei. Nee. Habt ihr nicht irgendwelche so Medikamente, so Wachstumshormone oder so? Nein. Okay. Ich trainiere meine rechte Hand. Ich hätte echt gesagt, Bruder, hätten wir das morgen gemacht, hätte ich es viel besser geplant. Weil jetzt muss ich es improvisieren, Digga. Jetzt muss ich es improvisieren. Ja, das ist es ja, Bruder. Es ist jetzt schwer, Digga. Es ist jetzt schwer. Wenn ich es morgen machen würde, wäre es viel geiler, aber dann hätte ich was Geiles planen können, Digga. Aber Abstimmung morgen hat gewonnen, Digga. Äh, Abstimmung heute hat gewonnen. Deswegen, schwer. Wenn ihr wollt, wir können nochmal eine Abstimmung machen. Ich hab irgendjemand. Nein, nein. Heute. Hahaha, ja man, der war gut, Bro. Du kannst ja vielleicht mal hier Farut fragen, der hat da auch langjährige Erfahrung mit. Vielleicht kann er dir das beantworten, ich weiß es nicht. Karut, erzähl mir immer was vom Dreihand. Ja, okay. Ich brauch bitte Essen, bitte Essen, bitte. Da brauchst du Arviat am Start. Also morgen, wie gesagt, morgen kann ich was planen. Aber wenn ich heute mache, dann mache ich es eher spontan, Digga. Ich mach was zu essen, und was, Yallah. Mach dich mal nützlich, heide. Wird es ein bisschen schwierig. Wird es ein bisschen schwierig. Wir sind ein echter Berliner. Echter Berliner. Ripp, brett, dass es ist, ist es schüssig. Du hast zu essen, wer gibt Essen hier umsonst? Wer gibt hier Essen auf Nacken, heide. Wir sind 20er Nacken. Schick mal direkt ein Knäckebrot. Wie lange dauert das denn noch, dass wir die TVs hier stehen lassen? Weil ich glaube, den Armen wird auch ein bisschen kalt hier. Mir ist übel, Bruder. Wir haben noch Karten hier. Seien wir wegen Arbami. Wir machen Vortage, wir holen noch Dings von Amazon und andere Sachen. Ey, bitte, gibst du gar nicht selbst an den Regen, die verhunger sind. Ja, Jungs, das ist halt wie gesagt, so weißt. Stellt euch vor, ihr schaut eine geile Serie an. Die Serie hat an einem Tag ein Ende. Ist doch viel geiler, wenn es einen zweiten Teil gibt. Weißt du, was ich meine? Oh, Alter, hierher geschlagen. Nein, alles gut, alles gut. Oh, shit. Das war die Helllupe, der Hunger hat. Das war gut. Ja, komm sie mal her. War das stabil, Cousin? Ah, ja, lass uns. Ich war, ich war geil, ich hatte weiter. Heute, ständig Metallfond. Ich nenne mich Iron Saite. Eisenseite, Eisenseite. Eisenseite, Abo Zink. Ich bin Abo Zink. Oh, Alter, morgen hat er aber echt knapp gewonnen, Digga. Weißt du, wer du bist? Hast du Depo? Du bist, ja, normal. Ich küsse doch dein Herz, Bruder. Du weißt Bescheid, Lann. Ich küsse doch deine Augen, Bruder. Ja, Bruder, wie gesagt, das Ding ist halt, wie gesagt, ich meine das auch gut für euch und auch für mich, weil morgen könnten wir vielleicht was Geiles machen und heute wäre halt ein bisschen eher spontan, weißt du, deswegen. Er geht mit rechten Knie erstmal angetäuscht runter. Weil jetzt Heli klären und so Sachen, das ist ein bisschen schwer, Digga, das ist echt schwer. Das wäre heute viel zu schwer. Aber wir gucken mal. Ich mache Sulu-Kaka, keiner kommt. Weil der packt mich jetzt den Knall, sonst hat er keinen Bock mehr. Wird es auch den Jahren mitberechtet, noch diese hier, was hier steht? Okay, jetzt nur. Lockdown hat er jetzt. Aufkommen. Ja, auf der Liste ist es dran. Äh, Rückplatz um Pidi. Oh, Faro, wie eine. Oh, ne Liste. Moment, der hat gerade zu Pidi zurück. Ich weiß nicht, was noch ein paar keine sind. Wir waren noch beteiligt. 3-2, sind Sie da? Ne. 10-9. Also, 4-5-5. Ich muss hier jetzt ein bisschen Action machen. Welche Officer waren jetzt an dem Schussabtausch beteiligt? Ach, na Jürgen, Wallah, das tut überem Herzen weh, Lahn. Ich küss doch dein Herz, Bruder, ja. Ich küss doch dein Herz, Bruder. Ich würde dir so gerne helfen, Bruder. Ja, einfach, einfach, runter her. Ulan, Jürgen. Guck mal da, guck dir den an. Guck mal, und? Hallo. Fühlt sie sich gut? Ja, das fühlt sich gut an. Ja, fühlt sich gut, Judge Dredd, ja? Ja. Fühlt sich gut, ich seh's. Du fühlst sich sehr, sehr gut. Ja, Mann, super, Alter. Kommen Sie bitte mit daher. Ja, ich komm, ich wollte nur meinen, äh, Okay. Führt ins, äh, ja. Kommen Sie, kommen Sie. Ja, ich komm, auf jeden Fall. Und jetzt, wo ich Jürgen so sehe, mach heute. Ich komm, ich komm, Sie, ich komm, Sie. Ich küsse doch sein Herz, Digga. Aber ich will, dass der hier rechts, der, der, der vor mir, mein jahrelanger Bruder, Seite an Seite gekämpft, Brot um Hack um alles, und er nimmt mich fest, mit seiner Nemo-Mütze. Äh, einer von euch, der gerade mit mir hier hochgefahren ist, kommt mal bitte kurz zu mir. Es soll einer gehen, es gehen zwei. Äh, könnte ich mal auch wieder ein bisschen raus, weil ich würde gerne streiten. Wir müssen auch das, äh, Blatt von der anderen Seite betrachten, ne? Wie ist Ihr Name? Wie mein Name ist? Kennst mich nicht? Jürgen Beißer. 1190 gemeldet und dann sind wir angefangen. Was ist passiert als er? Parker! Kein Bock mehr. Ich will raus. Ja, auf jeden Fall. Äh, Agent, könnten Sie mir auch die Tür vorne aufmachen? Natürlich. Ich würde gerne auch mal kurz wieder ins, in die Zentrale gehen. Brauchen wir das MD-Aktivier? Kann ich ein Auto ausleihen, weil ich bin ja jetzt Praktikant. Äh, das müssten Sie dann einmal mit Ihrer Arbeitsstelle abklären. Ah, okay. So am besten einmal mit dem MD-Chef oder so. Mann, haben Sie mich wieder der Stream abgestürzt, oder was? Sascha, Sie sind wieder der Stream abgestürzt, oder was? Sie sind Praktikant beim PD. Äh, ja, Risch, ich bin Farut Ben, ich habe Testo abgesetzt und bin jetzt offiziell Praktikant. Ja, wer Sie sind, weiß ich, deswegen habe ich mich ja gewundert, dass Sie, äh, jetzt Praktikant sind. Warten Sie mal ganz kurz. Stream ist okay, okay, gut. Darf Farut, äh, das FG verlassen? Hm, hm, er ist Praktikant. Es bräuchte jetzt schon eine Antwort, ob ich ihn jetzt rauslassen darf oder nicht. Ich muss Einsatzleitung entscheiden. Ja, die Einsatzleitung entscheidet eben, ob sie raus dürfen oder nicht. Okay. Die Einsatzleitung fragt, was sie möchten. Also, warum sie raus möchten. Ich wollte mir ein bisschen nochmal die Stadt anschauen mit meinem Fahrrad. Ich wollte Fahrradkopf als Streife. Er möchte gerne Fahrradstreife machen in der Stadt. Sein Traum ist Fahrradkopf. Fahrrot, 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 Fahrrot. Ja. Wir reden gerade, ob sie gehen dürfen oder nicht. Warten Sie bitte hier. Also, dafür nicht raus. Also Fahrrot, was ich dir anbieten kann, ist, dass du bei den Overwatch mitfliegst. Mehr aber auch nicht. Ist eine Ansage von ihren Vorgesetzten. Achso, wir fliegen mit dem Helikopter zurück. Ja. Also, wenn sie möchten, können sie jetzt mit dem Helikopter ein bisschen mitfliegen oder sie bleiben halt hier beim Einsatz. Wie lange dauert denn der Einsatz noch? Das kann keiner Ihnen jetzt hier daneben sagen. Kommt drauf an, wie lange natürlich auch die Staatsanwalt und so braucht. Okay, dann fahr ich lieber mit dem Fahrrad. Ja, aber das können sie halt erst, sobald das hier alles vorbei ist. Achso, ich darf noch gar nicht gehen. Ne, 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 ne. Die Leitstelle sagt, entweder bleiben sie jetzt hier beim Einsatzort oder sie fliegen mit dem Helikopter mit. Das sind die beiden Optionen. Ja, ich würde dann mit dem Helikopter fliegen. Äh, Overwatch, der Fahrrad möchte gerne bei euch mal mitfliegen. Ja, 10-4, wir landen auf dem Parkplatz. Okay, dann kommen sie auch mal mit. Ach, super. Boah, was ein geiler Helikopter, Alter. Guten Tag, die Herren, guten Tag. Ich bin Fahrrad, ich bin Praktikant und ich darf mitfliegen. Fahrrad, wir kennen dich. Du hast vorhin unten mit uns gesprochen, Fahrrad. Ah, ja. Ah, okay. Wohin fliegen wir? Bleiben wir in der Umgebung mal, Fahrrad. Und du warst circa vor einer Woche aus das erste Mal bei uns auf der Streife dabei. Zwar nicht freiwillig, aber... Ah, ach so. Und wohin fliegen wir jetzt? Äh, wir sichern hier einfach die Gegend und gucken so, welche Fahrzeuge sich so hier in der Gegend... äh, 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 um... Genau, reden kann ich. In der Gegend aufhalten. Sie haben auch bestimmt, äh, Heroin oder so beschlagnahmt von den Leuten, ne? Ja, tatsächlich. Boah. Könnten sie mir vielleicht so mal ne Spritze rüberreichen? Ne, das geht leider nicht. Fahrrad, du wirst wieder anfällig, Junge. Ich sag dir ehrlich, also so eine Testospritze, das schadet doch nicht, Alter. So eine Testospritze, Alter. So eine Testospritze, Alter. So eine Testospritze, Alter. Eine Testospritze, dann fahr mal kurz am Berg, dann lass mich noch paar Liegestütze machen, weil ich hab heute nicht trainiert und... Fahrrad. Fahrrad. Wenn du nicht mehr durchziehst mit deinem Training und aufhörst mit dem... und nicht aufhörst mit dem Beintraining, dann sehe ich mich gezwungen, wirklich mit Kollege und Mario zu reden. Ja, ja. Da sehe ich wirklich rot. Ja, normal, Alter, normal. Hör mal, weiter. Ja. Wenn wir mal kurz da auf dem Berg landen würden und nicht so paar Push-Ups machen würden, dürften wir das oder müssen wir in der Luft bleiben? Und was sagst du, Kollege? Kann man ganz kurz. So ein paar Liegestütze, so dass wir immer fit sind, vielleicht falls der ein oder andere ausbrechen will oder so. Ja, können wir mal fitz machen. Na gut, aber nicht den Elikopter-Klauen, ne? Auch Testos? Nee, Alter, ich bin noch Praktikant. Ich bin noch Praktikant. Aber du... Nein. Wenn du den Testos hast, irgendwie besser, Christian. Mit dem Testos lassen wir mal weg, aber Liegestütze kann er ja machen. Ehrlich? Kein Testos? Vielleicht langsam wieder härter. Nee, kein Testos. Komm, Junge. Ohne... Ohne... Testos bockt sich das doch nicht, Alter. Ja, komm, weib mal. Testos kannst ja. Nein, du... Du willst doch nicht rückfällig werden jetzt. Doch, Mann. Ey, das ist... Fuß, Mann. Ja. Ich weiß nicht, Alter. Drauf, den Arm zu verführen. Ich hätte schon Bock, so vielleicht eine Spritze mir zu geben. Der macht dich jetzt grad so gut. Ich weiß nicht, Alter. So eine Spritze hat doch schon... Hat noch nie jemandem geschadet, Alter. So, weißt du, was ich mein? So, wenn man sich vielleicht mal eine Spritze gönnt... Da kann man doch vielleicht mal... Oder... Was meint ihr? Hm. Ihr seid euch ja auch am überlegen, ne? Bruder, wenn die das eingehen, dass RP und nicht angepisst sind... Haben wir das schon geil. Fahrgut. Fahrgut. Ist doch der trainiert? Ist das passiert? Ne, ich mein, ob ich diese Testospritze krieg. Hm? Ja, also eine Testospritze, so, weißt du was? Ich mein, zum Trainieren. Komm jetzt, aber Fahrgut, können wir noch eine Testospritze machen? Ja, also eine Testospritze, also... Ich weiß nicht, Alter. Meinst du, das wäre schlimm, wenn ich jetzt so eine nehme? Ich glaub, von einer passiert jetzt nicht so viel. Ich zeig aber mal Fahrersitz an. Ja, mach mal. Ich hab aber keine. Ich hab grad keine... Warte, ich such mal Medik. Warte, ich hab einer. Warte, ich hab einer. Komm mal her. Gruß, Mann. Ich geb sie dir. Weil ich will damit nichts zu tun haben. Warte, aber ich glaube, die gehen aufs. Ich will damit nichts zu tun haben. Machen sie besser, Pax. So eine, eine Testospritze, Alter. Komm, meine Testospritze geht dann, komm. Komm, Junge. Fahrgut. Komm, Junge. Boah. Alter, ich hab schon lange nicht mehr... Ob das eine gute Idee ist? Was meinen sie, Officer? Fahrgut. Testos geht immer. Ich nehme seit acht Jahren Testos. Ja. Und trinke nebenbei noch Sekt Minus. Also ich greife ja eher zu MyProtein. Ehrlich? Ja. Ich wusste, dass du so einer bist. Danke, Bruder. Ich küss noch dein Herz, Bruder. Danke für deine Tausendwitz. Ich küss dein Herz. Vielen Dank, Abibi. Was meinst du? Ich dachte, du nimmst Sekt Minus. Du hast doch voll verdächtig. Nee, nee. Die sind immer so beleidigend. Ich glaub, ich geb mir jetzt diese Testospritze, Alter. Komm, Fahrgut. Komm. Einmal, einmal geht doch. Ey, jetzt verschwür den Jungen nicht. Oder ich sag alles Kolliga und Mario. Wir geben uns mal eine. Jawohl, Junge. Boah. Das ist mein Fahrgut. Boah. Boah, Alter. Ich hab den Drang, Liegestütze zu machen, Alter. Aber gut, jawohl. Ich merke, seine Stimme wird langsam wieder. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Sechs... Sieben... Jawohl, jawohl. Acht... Neun... Zehn... Paul, die Stimme kommt langsam wieder. Elf... Zwölf... Dreizehn... Vierzehn... Fünfzehn... Jawohl, es wird langsam. Sechzehn... Siebzehn... Achtzehn... Elf... Zwölf... Mock... Du Bastard. Ich fick dich, Mock. Eins... Zwei... Und... Und... Sushido, dich ficke ich auch. Fünf... Sechs... Sieben... KMN... Ich ficke euch auch. Sieben... Acht... Neun... Ihr kleinen Bastarde. Ihr... Ihr kleinen Ein-Dreißiger. Ihr scheiß Rapper. Zehn... Elf... Zwölf... Boah, Alter. Ich... Scheiß, Alter. Was hab ich hier eigentlich auf, Alter? Was ist... Was ist das für eine Mütze? Ey, warte mal, ich kann... Ey, Alter, dass das hier nicht hier... Alter, was ist das für eine Mütze? Und was das für eine... Was ist das hier für eine Scheiß... Ey, warum... Seit wann zieh ich Rucksack an, Alter? Ich wollt grad sagen. Seit wann zieh ich hier Rucksack an? Ich wollt grad sagen, Faul. Ey, kann ich diesen Scheiß Rucksack nicht irgendwie wegschmeißen, Mann? Ey, sowas... Alter, das kann doch nicht sein, dass man hier... Alter, ey. Und dann diese Schutzweste. Ey, Faul. Diese Mütze. Wir sind ein Team gerade, Faul. Alles weg damit, Alter. Das hat doch hier bei mir gar nichts zu suchen. Was ist... Was ist eigentlich passiert, Alter? Ey, Scheiße! Auf deinen Testoentzug... Alter, meine Brüder! Ey, was mach ich hier? Warum... Warum... Warum bin ich hier mit Polizei? Verdammte Scheiße! Ich erklär dir alles mit. Äh, ja. Halt deine Schnauze, ihr steigt beide aus. Legt eure Waffen ab. Legt eure Scheiß Waffen ab. Ihr kleinen Bastarde. Habt ihr gedacht, ihr könnt mich ficken, Alter? Verdammte Scheiße! Raus mit dir, du Bastard! Verdammte Scheiße! Wollen die mich hier abrippen, Alter? Was ist das, Rucksack? Was ist das, Mütze? Der alte Fahrrot ist jetzt wieder zurück. Verdammte Scheiße! Verdammte Scheiße! Was ist hier passiert? Und du weißt, ich täusche nicht an! Und du weißt, ich täusche nicht an! Was ist hier passiert, Alter? Du weißt, ich täusche niemand an! Hey! 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 Alter! Da denken die wirklich, ich werde irgendwie mit Polizei kooperieren! Raus hier aus dem Funk, Alter! Ich hab hier gar nichts verloren in so einem, in so einem Funk, Alter! Hey! Was macht das? Hey, Jungs! Hallo, hallo! Ich bin hier im Funk! Hallo! Wer ist da, wer ist da? Hey! Hey, Ritchi! Ritchi! Bruder, ich bin... Ey! Scheiß, Alter! Ritchi! Du weißt nicht, was alles passiert ist, Mann! Ey, Ritchi! Ich hab mir grad eine Testo-Spritze gegeben! Ritchi! Ja! Ja! Ey, Ritchi! Alter! Das hat mir voll gefehlt! Ey, Ritchi! Schau mal! Die sind alle im Knast, Bruder! Ich hab jetzt zwei Bullen abgeknallt und hab hier noch einen Heli, Alter! Wir besorgen gerade auch einen Heli! Ey, Ritchi! Ritchi! Alles gut! Hör mal zu! Ich hab hier einen Heli! Wo sollen wir uns treffen, Bruder? Hör mal zu! Hör mal zu, Ritchi! Schau mal! Ich bin jetzt im Himmel, okay? Ich bin on-air! So wie Helikopter! Und! Jetzt pass mal auf! Direkt rein! Direkt rein in den Hof! Hol direkt welche raus! Bruder! Da sind gerade viel zu viele Bullen! Wenn ich da jetzt reinfliege, Alter! Die knallen mich direkt ab, Bruder! Ich kiss doch dein Herz! Ja, ja! Da sind gerade zu viele Polizisten! Wenn ich da jetzt hinfliege, dann war's das auch schon wieder! Dann war's mit ihnen! Hochlandung! Mayday! Mayday! Hör mal, Ritchi! Wir müssen das anders machen, Bruder! Wo bist du? Ich hol dich ab! Hey, Jungs! Hey, hey! Tut mir leid! Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist, Jungs! Ich weiß... Ich hab einfach... Ich hab das Testo abgesetzt, Alter! Das darf nie wieder passieren, Frau! Ich wollte dich kündigen! Danke, Bruder! Danke! Hör mal, Ritchi, Alter! Das darfst du nicht nochmal hier... Wenn ich das nächste Mal hier irgendwie so ankomme... Dann ballern wir gleich die Testo-Spritze in den Arsch, Alter! Hör mal! Ich hab ein Video auf jeden Fall von dir! Wir zeigen dir gleich das Video, wie du... Boah, Alter! Das Video muss doch vor... Ey, Ritchi! Ich hab... Ey, ich hab KMN angehört, Alter! Und du hast, ey! Und du hast... Weißt du, was die Straße sagt? Noch besser ist! Weißt du, was die Straße sagt, Frau? Du hast... Du hast... Mero muss ich gehören! Ey, nein, Alter! Hör mal kurz ruhig, ey! Der Andy hat gesagt, du wolltest dich gestern mit Mock treffen! Und was? Du bist so zurückgekommen! Andy sagt, Mock hat dich behindert gehauen, hat der Andy gesagt! Ey, diesen Andy, den knall ich auch ab, diesen Bastard! Sag hier nicht, knall ihn ab! Ey! Das ist doch unser Mann, ey! Ist mir scheißegal, Ritchi! Der wird abgeknallt! Das ist mir jetzt scheißegal! Hör mal zu! Ich flieg gerade am MD... Äh, am... Am Gefängnis! Aber das sieht mir aus, als ob da sehr viele Bullen sind! Ich erinnere dich an gestern! Ey, ich geh jetzt los! Mock bearbeiten! Heute kommst du! Mock hat dich bearbeitet! Hör mal zu! Hör mal zu! Wo seid ihr, Jungs? Lasst uns mal kurz treffen! Lasst uns mal kurz treffen! Hör mal, Farus! Bring den Andy zur Strecke, wie ein Flugzeug... Also nochmal! Also nochmal! Bitte, Farus! Ich bitte dich! Wenn wir die Leute da rausholen wollen, bitte komm nicht zu uns, Bruder! Ich bitte dich, Bruder! Wir treffen uns in der Luft! In der Luft! Okay, Ritchi! Weißt du, wo der Fernsehturm ist? Ja! Ich warte auf unseren Heli, dann komme ich zu dir geflogen! Okay, alles klar! Hör mal zu, Ritchi! Ich bin am Fernsehturm, okay? Ich warte hier auf dich! Alles klar! Ich komm zu dir! Okay, bis gleich! Alter, Scheiße, man! Haben die echt gedacht hier, dass ich mit Polizei diese Test durchspritze? Alter, wie gut das getan... Ey, ich muss mal gleich Leute anrufen, Alter! Ich muss mal hier gleich die Leute anrufen! Ich wollte mich bei Sheriff entschuldigen, Alter! Das... Warte mal! Alter, was ist mit mir los, Alter? Was ist nur mit mir los? Jetzt muss ich irgendwie aufpassen! Was ist denn? Hat hier nichts passiert, Alter! Na, da geht der gute Sheriff nicht ran, dieser kleine Bastard! Ah, vielleicht ist da ja der gute Antojan draußen! Hey, Antojan! Ja? Hä? Ey, Antojan, Alter! Ey, ich weiß nicht, was heute passiert ist, Alter! Hör mal zu! Ich hab versucht hier Testo-Diä zu machen! Allerdings habe ich mir jetzt wieder hier eine Testo-Spritze gegeben und ein paar Liegestütze gemacht! Jetzt geht das alles wieder besser! Hör mal, ich hatte Fischermisse auf, Alter! Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist! Hör mal zu! Ich hab einen Helikopter! Lass uns mal die Cousins aus dem Knast holen! Lass machen, brauch ich den Piloten, habe ich gehört! Ja, ja, wo bist du? Ich hol dich ab! Wo bist du? Armonation-Dach! Armonation-Dach! Okay, pass auf, komm zum... Ja, okay, ich komm am Armonation-Dach! Bis gleich! Okay, bis gleich! Ja! Ich lande jetzt kurz am Armonation-Dach und hole Antuyan, danach kommen wir dahin! An dieser Stelle, Bruder, nochmal sehr, sehr, sehr viel Respekt! Respekt! Sehr, sehr Respekt! Auch natürlich an die Cops, die das mitgemacht haben! Sehr, sehr Respekt, Digga! Die haben das geil gemacht! Ich schwöre auf alles! Die haben gewusst, was da abgeht! Und die haben das trotzdem gemacht! Ich küsse deren Herzen, Digga! Wallah! Geil haben die es gemacht! Ohne Witz! Geil! Oh, Scheiße! Ja, bring mal einen Medic mit! Ey, meldst immer den Medic direkt mit! Dann geb ich ihm mein Auto, er kann damit dann wieder zurückfahren! Wallah! Die haben das echt geil gemacht, Digga! Ohne Witz! Die haben gewusst, was da abgeht! Hammer geil gemacht! Hammer geil gemacht! Ich schwöre auf alles! Geil! Einfach geil! Jetzt muss ich nur aufpassen, dass mich kein Polizist abknallt, Digga! Antojan ist ja zum Glück ein guter Flieger! Asiktir! 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 Ey, Antojan! Hallo? Ja? Antojan! Ja? Komm, flieg du, Bruder! Du kannst ja besser fliegen! Komm! Ey, Scheiße! Was hab ich hier eigentlich an, Mann? Mit diesem Scheiß-Officer, Alter! Raus mit dir! Kommt der hier mit seinem Seitenscheitler an und meint hier Ansagen zu droppen! Ich fick die alle noch! Alles klar! Cousins sind geschnasht, oder? Ja, die sind jetzt im Knast! Jetzt pass auf! Richie ist auch bei mir! Richie ist auch im Funk! Vielleicht schaffen wir das, die Cousins da irgendwie rauszuholen! Ja, sind die Cops noch da? Äh... Ja, das müssen wir irgendwie abchecken, dass wir irgendwie von den Cops da wegkommen! Also, flieg mal da ein bisschen vorbei! Und dann gucken wir mal, ob da die ein oder anderen Cops sind! Bruder, deine Streams sind besser als Netflix und Prime Video! Ich küsse doch deinen Erz, Bruder! Freut mich, dass es dir gefallen hat! Habibi! Der alte Farut ist da, Bruder! Mach mal Liebe für Farut, Bruder! Liebe für Farut! Der Bratan ist wieder da! Als wäre ich einen kleinen Knast lang! Hör mal zu, Junge! Wir sind wieder zurück, Bruder! Wir sind zurück! Wir sind die Millionäre, Bruder! Der Farut ist wieder da! Nein! 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 Wo seid ihr? Wo ist Farut, Armee? Wo ist Farut, Junge? Zeit, der Pizza! Da! Ganz stark! Wo ist Farut? Wann kommt Farut? Wo ist Farut? Mach was mit Farut! Hier, Farut! Ah, Bruder! Wir sind zurück! Wir sind zurück! Okay, pass auf! Flieg vorsichtig! Siehst du da schon welche? Da sind schon... Lande! Lande! Lande schnell! Schnell! Steigt ein, Jungs! Steigt ein! Steigt ein! Los! Let's go! Der alte Farut ist zurück! Der alte Farut ist zurück! Wir kommen! Wir kommen! Wir kommen! Wir kommen! Schnell! Schnell! Flieg! Schnell, Bruder! Bevor FIB kommt! Flieg! Flieg! Wir kommen! Wen haben wir? Schnell! Flieg! 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 Flieg hoch! Flieg hoch! Ey Jungs! Habt ihr wirklich gedacht? Habt ihr wirklich gedacht? Wie wäre ich wäre... So abgewichst, Alter? Ich dachte, du wärst der Größer ein und... Nee! Nee! Bruder! Hör mal! Bruder! Ehrenmann! Ehrenmann! Hör mal zu! Hör mal zu, Junge! Da hat mir der Officer... Der hat mir eine Testo-Spritze gegeben! Ja? Und dann habe ich noch ein paar Legestütze gemacht! Und dann auf einmal wurde mir klar, wo ich überhaupt hier bin, Alter! Du bist ein Mann! Du bist ein Mann! Ja, dann habe ich die zwei Officers abgeknallt, Alter! Jungs! Sehr gut, Mann! Scheiße, Mann! Jetzt müssen wir aufpassen! Mann, du bist kein Mann! Also, Jungs! Wir haben schon zwei Leute raus aus dem Knast! Sehr gut, Mann! Ich küsse doch dein Herz! Die ganze Stadt wird von dir wissen, Mann! Du bist ein Ehrenmann! Ja, normal, Alter! Ey, ich hab 130 bekommen! Ich hab am meisten bekommen, Mann! Ah, Bruder! Da brauchst du hier keinen Kopf zu machen! Du weißt Bescheid, Bruder! Wir sind die Echten! Wir sind die Echten! Hey, Mann! Gib ihn! Hey, Mann! Los, los, los! Und jetzt gleich der Nächste! Komm! Jungs, verpisst euch! Haut ab! Haut ab! Schnell! Macht euch ab! Antojan, hast du noch Werkzeugkasten? Ja! Okay, lass mal ein bisschen Helikopter reparieren, Alter! Ja! Aber passt auf, dass hier kein, nicht der ein oder andere Bulle hier, äh, hierher kommt! Ja, ich glaub, die werden uns jetzt suchen, Fahrer! Ja, normal! Jetzt müssen wir auch aufpassen! Wenn wir da nochmal reinfliegen, das muss jetzt anders gehen! Warte, ich steig kurz aus! Hast du einen Giant? Hast du einen Heroin dabei? Warte, ich guck mal! Ja! Ich glaub, dass einer hätte von euch da hinten sind! Nee, ich hab leider keine Joints da, Bruder! Aber halt ausschau! Nicht, dass hier der ein oder andere Cop kommt, Alter! Ja, ja! Ey, scheiße! Da muss ich mir nochmal gleich diese Klamotten umändern, Alter! Was ist das? Was ist das? Als ob ich Fußball spielen war! Und, Jungs! Und, Jungs! Ich hoffe, es hat euch gefallen, Digga! Es war spontan! Ich wollte euch überraschen! Aber die Gelegenheit war geradezu geil! Für diesen Ding! Deswegen musste ich das schnell machen! Aber ich hoffe, es hat euch gefallen! Und, ja! Ich küsse eure Herzen, Digga! Wababa, Bruder! Ich küsse eure Herzen, Digga! Freut mich! Das war eine geile Idee! So mit Liegestütze und dann kommt langsam die Stimme und dann... Halas! Es geht los, Digga! Das Gute ist, die Polizisten haben auch sehr gut mitgespielt, Digga! Wallah! Das war echt geil! Wallah! Hätten die Polizisten nicht so gut mitgespielt, dann wäre es ein bisschen schwer! Weil die hätten auch so einen aufmachen können, wir wissen, was du vorhast! Wir wissen, was du vorhast! Und wir gehen das nicht ein, aber die sind das App hier richtig geil eingegangen, Digga! Wallah! Richtig geil war das! Ich küsse deren Herzen, Digga! Sie haben mit Langwaffen geballert, dass ich das mitbekomme! Richi, wir fliegen jetzt auch nochmal rein! Das wird Runde 2! Wo bist du? Ich war jetzt zum Knast! Lass uns jetzt hinfahren! Wir fliegen! Ja, ich bin jetzt auch... Wir sind auch gleich da! Alles klar! Wir fliegen! Okay, wir fliegen auch! Soll mal reinlanden! Warte, wenn du willst, flieg mal erst vorbei, oder? Weil wenn wir gleich reinfliegen, ich glaube, die wichsen uns direkt weg! Die wissen jetzt, dass wir eine Abholung machen! Guck erstmal nach unten, ob die vielleicht in Einzelhand sind jetzt! Okay, warte! Richi, wo bist du? Wir sind jetzt genau über den Knast! Wir kommen, wir sind aber weg! Eine Minute! Okay! Ja, da sind zu viele, Bruder! Da sind sehr viele! Da sind viele Autos! Richi, da sind sehr viele Autos, ne? Dass du Bescheid weißt! Und ich fliege sie nicht mehr draußen! Flieg mal ein bisschen tiefer, aber so, dass du gleich abhauen kannst! Red Force, ich danke dir für deinen Primer! Boah, Bibi! Ich küsse dein Herz! Dankeschön, ABB! Herzlich willkommen! Im ersten Monat! Hier wird geschossen! Hier wird geschossen! Damit Bescheid des Jungs haben wir es geht! Wieder wird geschossen! Wallah, ich hab Langwaffe gerade gerade hier! Okay, die schießen wahrscheinlich auf uns gleich! Ich sehe keine Leute mehr, Fabio! Warte! Geh langsam runter! Ah, die sind auf dem Dach! Geh weg, geh weg, geh weg! Die sind auf dem Dach! Die sind auf dem Dach! Siehste? Die sind da auf dem Dach! Die schießen! Die schießen! Die schießen! Die schießen mit Sniper, Alter! Fuck! Boah! Ah ja, wir haben versucht! Ach du! Ah! Richi, pass auf! Auf uns wurde schon geschossen! Die schießen! Die warten auf dem Dach! Die schießen auf uns! Die schießen auf uns! Die schießen auf uns! Hm... Die schießen schon auf uns! Ganz vergessen! Okay Richi, weißt du was wir auch machen können? Wir geben doch nicht auf, Alter! Immer wer wäre ich, wo ich bin, wenn ich jetzt aufgeben würde? Wie wäre es, wenn wir eine Polizeistreife aufschnappen können? Bruder, das können wir nicht machen! Die ficken uns! Wallah! Sami, bist du in Punkt? Könnten die nur mit Heli holen, aber die haben unsere Leute im Hof weggeballert! Nehmen wir ein Reden mit Gerd und versuchen ein Polizeiauto klarzumachen! Check, check! Der Paarut hat mich einfach herausgeholt! Ehrenmann! Ich dachte, der wäre Bulle! Der hat uns erstmal alle festgenommen und dann hat er uns gerettet! Meine Security-Jungs suchen ein Auto jetzt! Genau, lass mal deine Security-Jungs Auto suchen! Ach, seid ihr da? Genau! Ich bin mal kurz am Handy, ich schau mal kurz! Aber pass auf! Lass, die sollen auf jeden Fall ein Polizeiauto besorgen! Das ist sehr wichtig! Ich schau mal kurz auf mein Handy! Boah Jungs, ich muss kurz aufs Klo dig! Ich hab Allah diese Dingat mit zu heyecangen gegeben, lan! Okay! 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 Ritschie, Bruder, geht's hier, wenn irgendwas vor, sagt Bescheid. Hey Jungs, Streifenwahlfahrt nicht, wir starten im Gefängnis. Hey, seid ihr das im PD-Heli, der Richtung, äh, äh, es geht erst? Liegt? Ich bin im Haus, ja. Hey, ich glaube, ein, ein, ja, aber ich glaube, ein Helikopter kommt, PD fliegt gerade. Ja, 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 safe, die haben uns hier gesehen, Bruder, hier sind überall in den Streifenwahl. Hey, ihr müsst da weg, der Helikopter wird euch raus. Okay, Alhamdulillah, wir sind nicht tot, Digga. Die Jungs, die nehmen die, die kommen unten raus, nicht vorne unten. Und, was ist los? Ich habe noch diesen PD-Heli, oder nicht? Ja, ich habe noch diesen PD-Heli, was ist los? Es ist noch ein Overwatch in der Luft, es ist noch einer in der Luft. Ah, ist noch einer in der Luft, okay. Hey, danke zu V.O. nochmal, ich kriege dein Herz. Ah, ist doch gar kein Problem, wir müssen die anderen Jungs auch aus dem Knast holen, Alter. Antojan, ich würde nicht landen, wenn ich drüber... Ich bin im Land gekommen. Pass wirklich auf, Alter, nicht, dass die irgendwie, die kommen... Bin, 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 bin. Wo? Ah, ja, ich sehe es, ich sehe es, ja, ja. Die fahren uns hinterher. Die fahren uns hinterher. Warte mal, bleib mal, bleib mal ein bisschen, genau. Warte mal, wo ist der jetzt? Okay. Ey, Richi, ich glaube, das mit, äh, das mit Helikopter rausholen wird ein bisschen schwer, weil die haben uns jetzt schon erwischt, Alter. Die fahren uns schon hinterher. Flieg mal, wenn die uns jetzt schon hierher gefolgt sind, flieg mal jetzt zurück zum Gefängnis. Aber nicht, nicht zu tief, nicht zu tief. Sodass uns, sodass die uns... Ja, oder so, ja, oder so, ja, macht das mal. Fahrt mal in Fützerei. Nee, nee, in Funk von Polizei gehe ich nicht, Bruder, weil das wäre dann sonst ein bisschen zu Power, so. Deswegen, wir... Ich versuche mich schon so an die Regel, so. Das ist so. So, jetzt fährt es mal so. Fahr durch. Okay, die sind auf dem Dach, flieg weg, flieg weg. Ja, ja, die sind auf dem Dach. Ja, die schießen. Na, wird schwer. Wird schwer. Ich muss ihn reparieren, leh. Alhamdulillah, du kannst... Deine Flugkünste sind gut, sonst hätten wir hier Arschkarte. Genau. Antojan, flieg vorsichtig. Ja, ja. Versuch mal, auf den Berg zu gehen, zu fliegen, und dass wir den Helikopter reparieren. Ja. Ja. Hä, du fährst durch Seile? Komisch aber, dass die mit keinem zweiten Helikopter hinten unten sind. Also, Bruder, Stantaner, unsere sind vom Animat, die hier sind, komm. Aber, Bruder, wenn du schon hier auf den Berg fliegst, musst du echt aufpassen, ne? Ähm, ich bin gerade in Haft, aber alles mir geht's gut. Ich wollte mir Bescheid geben, meine Brüder. Ey, Antojan, kann ich... Warte mal, warte mal, bleib mal ein bisschen in der Luft, ich will mal gucken, ob ich Handy runterschmeißen kann, warte. Fahr weg, Johnny. Ja! Oh mein Gott! Oder, ne, 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 doch nicht, doch nicht. Sonst hätte ich Handy runtergeschmissen. Ist das weg, oder wa? Ja, ist weg. Sonst hätte ich dir ein Handy und Funkgerät runtergeschmissen in den Knast. Oder, warte mal... Warte, bleib mal noch mal in der Luft, bleib mal noch mal in der Luft. Warte... Ne, geht nicht. Geht nicht, schade. Schade. Achst du, helf dich, Alex. Achst du, helf dich, Alex. Da ist es, warte, ich würde reparieren. Bruder, warte, ich würde nicht hier reparieren. Okay. Geh lieber auf einen Berg hoch. Ich habe so Glück, dass du hier draußen bist. Das in der Luft ist echt, hä? Ja, und fliegen schon eine Insel rumgegangen. Wieso fliegt das Geld, hä? Wallah, Bruder, eigentlich dürfte es dich. Ah, geh auf Insel. Genau, geh auf Insel. Insel ist gut. Bei Insel, da brauchen die ein bisschen länger. Aber die haben einen Sniper, pass auf. Hier, geh, die nimmt die zweite Insel. Genau. Schau jetzt. Und du reparierst den Helikopter von anderer Seite, sodass sie dich nicht mit Sniper erwischen kann. Okay. Jetzt repariere schnell. Schnell, schnell. Keiner, sonst drei Schaffnerleitschüsse. Ja, ich will gucken, was das hier hilft. Alles klar. Ach. 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 Was meinst du, Antojan? Wie lange sind die noch dort? Antojan? Was meinst du, wie lange sind die schon dort? Staatsbank, nur Alarm auslösen und wieder... Ich hab die Sachen nicht, Digga, sonst wäre Staatsbank... Ja, ja, im Knast, im Knast. Fliegen wir nochmal schnell vorbei. Aber genauso wie vorhin. Ja, die wissen das aber trotzdem, Bruder. Die werden... Der andere Heli hat vielleicht Funk, so weißt du. Ah, da ist er. Ja, der verfolgt uns. Anton, jetzt sind deine Flugkünstler angesagt. Die sind das zwei, oder? Ja. Wieso kann ich nicht mit Waffe schießen? Ey, Jumper. Äh, den... Oh, hat zwei Stück, ja. Wieso kann ich nicht mit meiner Waffe schießen? Vielleicht, wenn du seitlich bist, so. Probier. Ah, ja, okay. Boah. Oh, der schieb zurück. Antojan, flieg irgendwie... Flieg irgendwie... Fahr uns noch gut, Fahr uns geht sich gut. Ja, wir werden gerade von Helikopter verfolgt. Aber wir haben ihn abgelenkt. Jetzt könnt ihr vielleicht reingehen. Antojan, sehr schön, sehr schön. Ey, Jafar, flieg mal wieder da runter. Komm mal runter. Sehr schön, komm. Komm, komm. Egal, komm, du schaffst das. Unterbrücke, Unterbrücke, Unterbrücke. Unterbrücke, komm. Komm, Antojan. Komm, Antojan. Ah, trifft er dich, Bruder. Er trifft den Heli auf jeden Fall, ja. Okay, flieg, flieg irgendwie am Meer oder so. Wir müssen abholen. Der Heli ist Geschichte, flieg. Antojan. Wo ist Tunnel, links oder rechts von uns? Wo ist der große Tunnel? Äh, der große Tunnel links. Ja, und jetzt hier. Da rein, oder? Ja, ja, flieg, flieg, flieg. Nee, dich rechts, Mann, dich rechts, Fahre. Flieg runter, flieg. Ja, genau. Flieg da durch, flieg da durch, komm. Komm, Antojan, jetzt ist, jetzt ist deine Flugkunst gefragt. Was? Ich flieg, Mann. Guck, wie tief das ist. Komm, Antojan, das schaffst du, Mann. Das schaffst du, Bruder. Komm. Let's go. Sehr schön. Kannst du umdrehen? Kannst du umdrehen? Versuch umzudrehen, versuch umzudrehen. Konzentrier dich. Dreh dich um. Ihr Schwinzer, Junge, was ist los? Komm, 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 Antojan, komm, komm, komm. Sehr schön, jetzt zurück. Jetzt habe ich keinen Anlauf. Komm, 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 ein bisschen Anlauf hast du. Komm. Mein Gott, er weiß nicht, wie man damit fliegt. Ja, der soll mal runterkommen, schnell. Komm schon, komm schon, komm schon, Antojan. Ja, ich bin gerade im Tunnel mit Hubschrauber-Samen. Ich kann nicht. Ich bin in Paleto. Scheiß auf Funk, scheiß auf Funk. Sehr schön, sehr schön, flieg weg. Nice, Bruder. Sehr schön. Genau so, Antojan. Genau so, Antojan. Kleine Bisse, ey. Das ist es, Alter. Das ist es. Okay, wir müssen Heli reparieren, ne? Flieg mal irgendwo auf den Berg. Ich würde erst mal tief bleiben, ich sage dir, ehrlich. Bruder, was am Mann, Nacko, was fast in Furious, Digga? Was fast in Furious, Digga? Er will einfach nicht immer den Fingern. Andreas, die sind hinter uns. Sind die hinter uns? Nee. Nee, nee, wir sind weg von denen. Wir sind weg. Jetzt pass auf, wenn er irgendwo auf dem Bergland ist, wäre natürlich nicht schlecht, dass wir da schnell den Helikopter wieder reparieren, Alter. Vielleicht sind da nur ein paar Schrauben locker. Ah, ich hab, ich hab, ich hab. Ich hab, ja, ja. Samy, bleib einfach bitte in der Nähe von Knaschen. Guck, wo die Cousins sind. Ja, wir müssen Cousins retten. Okay, hier runter, oder? Ja. Da sehen wir auch alles, oder? Let's go. Ich repariere, du konzentriere, du läufst. Du läufst drumrum. Ey, jump on. Ey, haltet einfach eure Fressen lang, Wallah. Ich kann nicht machen, er will nicht landen. Ich sage ihnen, er soll landen. Er will nicht landen. Okay, ich schau mir, dass dann vielleicht nur eine Schraube locker. Machen wir. Ja, Jungs, ich schau mal jetzt. Ja, Bro, du antwortest gar nicht, was? Beweg dich, Antojan, beweg dich. Okay, ich bin zwar kein Helikopter-Profi, aber ich sehe da, was da kaputt ist. Ja, das ist T15 Stahl, was da... Zum Glück habe ich sowas in meiner Tasche. Machen wir einfach WD-40 drüber. Okay, WD-40 habe ich auch jetzt. Okay, sieht gut aus. Komm, müsste wieder funktionieren. Schnell, steig ein. Ja, natürlich. Wir kriegen aber so krank Schaden von ihm. Mit was schießt der Typ? Oder warte, lass mich Beifahrer. Hier werde ich abgeknallt. Warte. Also, ich glaube, du hättest als erstes einsteigen sollen, ja? Warte drauf, egal, egal. Komm, das passt schon. Wo sind wir überhaupt, ey? Also, ich würde sagen, wir können es nochmal versuchen, aber... Das Problem ist, Alter, die werden uns erwischen, Digga. Die verfolgen uns ja und schießen mit dem Ding, oder was? Sollen wir das abbrechen, Alter? Aber das Problem ist, Alter, ich will die Cousins nicht da alleine lassen. Ja, solange die es versuchen, versuchen wir es auch. Okay. Ich fliege jetzt wieder schnell drüber. Vielleicht schießen die nicht gleich, weil die nicht wissen, wer es ist. Wir müssen dann gleich wieder reparieren, ich sag, ey. Warte. Flieg schnell vorbei, flieg... Ja, ja, die sind dort, die sind da. Ja, der ist da ja wieder, der ist wieder da. Scheiß drauf, Antojan. Scheiß drauf. Keine Chance. Keine Chance. Die warten da, Bruder. Da folgen wir uns jetzt wieder, oder was? Ja, die warten da, keine Chance. Ich sag dir, wie es ist, keine Chance. Flieg, flieg weg, flieg weg. Das wird ein bisschen schwer. Flieg in die Stadt, flieg in die Stadt. Ey, ich habe noch 20 Minuten. Ey, Jungs, wir wollten versuchen, euch irgendwie rauszuholen, aber das geht nicht, Alter. Die sind hier überall bewacht. Keine Chance. Keine Chance. Schau mal, wir haben hier einen Helikopter abgelenkt, sind wieder da vorbeigefahren. Die schießen gleich mit Langwaffen auf uns. Ja, ja. Die schießen die ganze Zeit, oder? Ja, der ist komplett bewacht, Alter. Der ist komplett bewacht. Flieg irgendwie in die Stadt, Antojan, wir müssen den Helikopter loswerden. Wir brechen ab. Aber Respekt, Bruder, wie der Antojan fliegt, Digga. Puck, Puck, Bull, nein, Bro, das ist nicht so einfach, Bruder. Das ist nicht so einfach. Du weißt, Polizei-RP ist schwer. Ihr habt selber gesehen, wie viele Leute das sind, und... Schwer, Digga, schwer, 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 ja, schwer. Schade. Die Lande am besten im Hafen, oder so, und dann lass uns den Helikopter weg entsorgen. Digga, der hat einfach im Tunnel, hat der umgedreht und die abgehangen, dann. Warte, was... Wie krank, Murdoch. Warte, der hat Helikopter-Simulator durchgespielt, dann. Ah, Bruder, ich glaube, das wird nichts mehr, Digga. Die warten dort, und sobald wir da sind, knallen die uns direkt ab, Digga. Bevor wir morgen... Äh, bevor wir jetzt verkacken und sterben, lass uns das nicht riskieren. Ja, ich bin morgen auch da. Gute Nacht, schlaf gut, Habibi. Danke, dass du da warst. Schwer, Digga. Ja, auch gut. Hey, hier ist doch eine Garage, sollen wir abspringen und den Helikopter hier lassen? Dann steig, steig du hier aus. Ich lass es hier kurz. Das Wasser nimmt da schon mit. War ein nices RP, ne? Jungs, ich hab euch doch gesagt, Digga, ihr müsst chillen, genießen, dies, das. Wir machen daraus ein RP. Manche haben es nicht verstanden. Manche sagen, ey, 31er, 31er. Jungs, das ist RP, Digga. Das ist RP. Ich bin zwar... Ich bin zwar nicht der beste RP-Spieler. Und es mag sein, viele mangeln, also viele beschweren sich auch auf meinen RP, aber in manchen Sachen funktioniert das doch hier, wie man sieht. In manchen Sachen klappt das dann doch gut. Jürgen ist draußen. Ah, okay, nice, Digga. Ist das MD-Dach? Antwort 2, ey, seid ihr das da? Ja, wir sind zufrieden. Wenigstens haben wir es geschafft, einen Bruder rauszuholen. Zwar nicht alle, aber ja gut. Wie siehst du, Antojan, immer noch in der Luft? Wo ist der? Ey, Antojan, ja, wo bist du? Ah, da bist du. Banjo, ich küsse doch dein Herz. Alles klar, Junge. Zack. Das Ding läuft immer noch, dein Wasserverhunderschatz. Ja, ich dachte gerade, du bist irgendwie im Wasser. Ja, das hat mich auch mitgezogen. Okay, Helikopter ist entsorgt, ne? Genau, Helikopter, ich komme da weg. Okay, super. Ey, Antojan, du glaubst nicht, was heute mit mir los war, Alter. Ich weiß nicht, aber... Ich habe so scheiße wie KMN gehört und irgendwie so Fischermütze angezogen. Aber ich muss gleich mal hier in den Klamotten laden. Und natürlich immer Gegenfahrbahn fahren. Fischermütze und so ein Ding hattest du an dem Ding. Jungs, du hast eine Frau geschlagen, packen. Und einen Rucksack auch habe ich mitbekommen. So, dann packen wir den auch mal richtig zu. Du hast auch geredet wie einen kleinen Schlampe. Ey, scheiße, Alter. Ja, auch. Guten Morgen. Super. Kommst du mal erstmal hier die Sache raus. Nein! Da kommt der Officer Farud. Officer Farud. Ey, Jungs, ich weiß nicht, was heute mit mir passiert war. Ich habe irgendwie vergessen, meine Testospritze zu nehmen. Aber Gott sei Dank, es geht mir wieder gut. Der alte Farud ist wieder zurück. Herzlich willkommen. Auf jeden Fall. Ich habe mitbekommen, was du gemacht hast, Ehrenmann. Ich habe noch eine Domina, ey, ich habe noch eine Domina. Wallah, direkt gut aus, wie macht das? Ja, normal, Alter. Ich habe es erfolgreich rausgeschafft. Was hat der gemacht? Der hat ein paar rausgeholt. Ja, ein paar von unseren Cousins. Ich bin noch, ich habe nicht mit ihm rausgesprungen. Er ist nochmal eingestiegen und wollte noch mal wissen, dass man sich... Auch wenn er mein Bruder ist, ich glaube... Aber heute hat man echt einen Helikopter gebraucht, echt scheiße. Ja, wie hat denn vorhin einen Helikopter, den haben wir jetzt entsorgt, Alter. Ja, sicher, sicher. Ja, richtig. Der Baron von Minschhausen hat sich rausgelohnt, meine Freunde. Im großen Stil. Guten Tag, Baron. Wir wollten sie rausholen, aber... Der roter Jogger, stimmt, Digga. Ja, komm mal, die für euch. Sie haben Flak-Stellungen auf dem SG. Wir können da leider nicht zutreten. Boah, das hat doch was, Digga. Ja, das wird schwierig. Das hat doch was. Wir konnten leider nicht durchgreifen, der Herr. Das hat was, Digga. Ich küsse doch dein Herz. Das hat was, Digga. Dieses Nike. Perfekt. Mit rot und schwarz. Digga, das ist geil. Dieser, dieser, dieser Del Toro, diese Anwälte. Ah, und Kette. Die auch im MD arbeitet. Kennt ihr sie? Nein. Ihr kennt... Ah, okay. Alles klar. Du sagst mir nichts, ja. Alles gut, alles gut. Alles klar, Mann. Teufel, wer bist du? Ey, scheiße, ich muss nochmal hier diesen scheiß Fischehut ausziehen, Alter. Das kann es doch nicht sein. Was war das doch? Super, wo bist du? Sag mal, was hat er aufgehend? Ich kann es Atom anstellen, ich will nicht kichern. Schau uns mal aus, wenn wir da haben. Drillon, ich küsse dein Herz, Bruder. Ich küsse deine Augen. So, Digga. Dieser Style hat was. Sagt mir was ihr wollt, Digga. Das sieht nice aus. Roter Jogger, Nike Air und Jeezy's. Fahrrad, wann kommt denn dein neues Album? Er müsste bald kommen, Bruder. Müsste bald kommen. Alles klar, Bruder. So, jetzt macht euch ab, ihr Geringverdiener. Da dachten die ihr, der Fahrrad, der kommt hier nicht mehr zurück, Alter. So, jetzt muss ich erst mal meinen Bruder Jürgen anrufen, damit der nicht hier falsch von mir denkt, weil egal was er sagt, das kann nämlich natürlich zu Herzen, Alter. Ey, Jürgen, Jürgen, wo bist du? Wo bist du? Ich bin bei meinen Jungs, bei meiner Familie, bei meinen Brüdern bin ich. Vor der Shisha-Bar? Ja, bei meinen Brüdern, bei meiner Familie bin ich. Okay, ich bin da. Wissen, was ist das? Ich bin bei mir, mit dem Team Santa. Hey, was ist das hier von dem Dominator 3? Wie abgewichst. Ey, wo ist Jürgen? Ja, Papa. Hey, scheiße, was geht ab, lan? Was geht, was geht? Wo ist Jürgen? Wie geht's dir? Die ballern gerade. Oha! Ja, ja, was ist das? Alle liegen, alle liegen, alle liegen. Was hat ein Täter, oder was? Die kleinen Fotzen, die kleinen Fotzen, ich fick euch alle, Alter. Verdammte Scheiße. Was glaubt ihr, wer ihr seid, ihr kleinen... Ey, holt mir ein Benzinkanister. Holt mir ein Benzinkanister. Diese kleinen Bastarde. Jürgen, Jürgen, wo bist du, Jürgen? Hör mal zu, Jürgen. Jürgen, du weißt gar nicht, was passiert ist. Nein, ey, die Clowne, die fahren hier mit schwarzen Autos, weiß runter, wo sie rauskommt. Jürgen, hör mal zu. Hör mal zu, Jürgen. Du weißt gar nicht, was passiert ist. Lass mich erklären, mach mal die Musik aus. Und wo kommt das? Ich hör nichts. Wir sind enttäuscht. Alles gut. Hör mal. Jürgen, hör mal. Ich war, ich war... Ey, wir haben Leute Sachen gesagt. Wir haben Leute Sachen gesagt. Ich hatte Fischermütze an und bin Fahrrad gefahren und hab zu KMN-Musik getanzt. Ja, hast du wirklich mit dem B-Mix? Ja, Bruder, hör mal zu. Ich war auf dem Helikopter. Ich war mit Helikopter. Da hat mir der Officer eine Testospritze gegeben. Hab ich paar Push-Ups gemacht. Auf einmal ging auch das alles wieder mit meiner Stimme. Dann hab ich die zwei Officer abgeknallt und einen vom Knast rausgeholt. Bei zwei. Das Ding ist, dass du packst mit die Wahrheit, weil gestern hast du mir gesagt, du triffst dich mit Mock. Hör mal zu, Junge. Das kann doch einer von euch bezeugen. Ich hab ihn aus dem Knast rausgeholt. Zwei Leute. Nein, das kann sein. Es geht einfach nur darum, wie du... Zweifelst du gerade an mir, du Bastard? Zweifelst du gerade an mir? Denkst du, ich bin nicht der alte Farud? Ey, ey, ey. Das ist einer von uns. Verdammte Scheiße, Jürgen. Ey, der soll mich hier nicht nochmal dumm anmachen. Klar, will er mir hier sagen... Verrück dich, Mann. Verdammte Scheiße, Alter. Das Testos... Das hat mir gut gedacht. Der Junge selbst auf Testo, hat er doch gesagt. Mach du nicht. Ey, das ist keine Ausrede, Farud. Ey, du hast hier Sachen gemacht gerade. Wir mussten... Ey, Bruder. Ja, ja, nochmal. Ey, Ritchi, Alter. Du hast gesagt, ich jogg zum Autohaus. Ich hab keine Beine trainiert. Ich geh Salat essen oder so. Ey, wem seine Klapperkiste ist es? Ich fick dich doch gleich. Gebt mal alle hier weg. Ey, das geht so zu die Hose. Das Haus geht immer noch voll. Gebt mal alle weg. Gebt alle weg. Ey, oe, oe. Ich sag's doch. Gebt weg. Nach hinten. Oh, nach hinten. Nach hinten. Ritchi, steig mal ein. Ritchi, steig mal ein, steig mal ein. Ey, Farud. Ja. Und einer muss hinten einsteigen. Ey, Jungs, mach das schnell. Komm gleich wieder. Geh mal weg. Okay, alles gut, Bruder. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Zieh den raus. Andy, zieh den raus. Gerti. Welcher Kopp, Mann? Ja, Bruder. Ja, ich wünsche jetzt im Autohaus. Doch, geht. Welcher Kopp, Mann, doch. Fahr mal. Ja, ja. GmbR, Leute, für Stimmung. Ja, Bruder. Alter, im Fahrrad. Ein Fahrrad. Oh, sorry, sorry. Ja, aber ich hab doch Schulden bezahlt bei der Wersche. Ich hab doch von uns ein Uber-Koll. Ey, sorry, Bruder. Ja, ich hab doch Lackierung bezahlt gerade, weil ich hab auch Kombi... Ah, Antojan, Alter. Sag mal, was war denn das für eine Verfolgungsjagd, Alter? Mit deinem Heli-Manöver. Du könntest echt bei der Polizei arbeiten, Alter. So gut, wie du fließt. Ja, die haben wieder Luft im Markt. Die haben mich nicht verdient. Ich sag dir, will ich. Hier ist perfekt. Ja, Bruder. So, Affe, was war das für ein Auto, wo wir die Scheiß eingelagert haben, da bei mir? Ich brauch eine Spitze, weil ich... Nein, Booty war das, aber. Booty war das, war? Ja. Ey, Jungs. Ich hab vergessen, Junge. Jungs. Ich schwöre auf alles. Ich hab gefühlt seit... Eine Stunde oder so richtig Bauchschmerzen, Alter. Und irgendwie so stechen so in der Brust. So, kennt ihr das, Digga? Ich hab das jetzt, das... Das RP bisschen mitgemacht und so, aber das hat mich voll abgefuckt, Digga. Wallah. Ich mach jetzt auch langsam Ende. Ja, Bruder, lass es ein kurz, kurz aber geiler Stream sein. Jungs, es reicht Sudbrennen. Ja, Bruder, ich weiß nicht, ich mach jetzt irgendwas. Auf jeden Fall, Jungs, passt auf. Ich danke jeden Einzelnen von euch, der heute da war. Ja. Geht alle schlafen an, meine Akkümmen. Ich bring euch rüber. Ich holste euch zu Antoyan aus Ehre, weil der Bruder uns geholfen hat. Ich danke jeden Einzelnen, der da war. Ich hoffe, das RP hat euch gefallen. Es war auf jeden Fall sehr interessant. Und ich sehe euch entweder morgen oder übermorgen. Ich küsse eure Herzen, Jungs. War ein geiler Stream, hat mir gefallen. Danke an die Mods, danke an alle, die da waren. Ich küsse eure Herzen, Jungs. Viel Spaß und grüßt Antoyan von mir, ja? Grüße gehen raus. Und schreibt irgendwie Hashtag Farud auf Testo oder so, irgendwas. Ich küsse eure Herzen, Digga. Passt auf euch auf. Peace. Salamu alaikum.